Let's go oder hase? Let's go, let's go. Wir sind live, Leute. So, gestern hatten wir kurz vor dem Shop, äh, irgendwie, war die Box ausgegangen. Ich hab keine Ahnung, was da los war. Ähm, also Leute, was geht? Herzlich willkommen zum Stream. So, ich muss die Musik mal leiser machen, das ist zu laut irgendwie. Geht nicht, das geht nicht. So, also Leute, Code ist, Leute, knacks. Na ja, los. Ja, das müsste klappen, Digga. Ähm, Code ist, knacks, 00, Leute, Openhausen, auch am Start. Oh, hier unten links. Äh, Aeronelsen, ist auch am Start, Kismonicon. Oh, RG. So, Code ist, knacks, 00, Leute. Und, äh, ja, müsste eigentlich hier hingegeben sein, Leute. Ähm, also, jo, was geht hier im Stream? Geht auch ein Like da lassen, Leute. Gerne auch den Stream teilen. Und, ja. So, wir wollen es mal am Stream finden, Digga. Nicht angezeigt, da ja. So. Wie gesagt, Code ist, knacks, 00, Leute. Was geht? Herzlich willkommen zum Stream, Leute. So, an dieser Stelle. Ähm, moin an Omar, WN, was geht? Edwin, was geht? Wave Max, was geht? Äh, Simon, was geht? Reckless Aeron, was geht? Nochmal. Masterkiller, was geht? Äh, Tarpai Martin, was geht? Knacks TV, was geht? Ähm, dann Mitchell, was geht? Ähm, dann Mitchell, was geht? Äh, Edwin, was geht? Dann die Böhm, was geht? Kies, was geht. Rezo, King, was geht. Ähm, ich finde es so die neue Season. Äh, ich finde die sehr, sehr nice. Von Battle Pass her, von den, äh, Skins her, finde ich die sehr, sehr gut. Das Einzige, was mich stört, sind die Waffen. Mehr ist es nicht. Und Winter Royale. Ich hoffe, das kommt noch rein. Also, wenn das nicht reinkommt, dann finde ich gut, finde ich gut. Äh, ja, ein Schütz, was geht? Kannst du warten? Ja, klar, wir warten jetzt erstmal. Ich muss ja sowieso den Stream, was meinst du? Rezo King, was geht nochmal? Äh, Code ist dieser Knacks, 00, gerne auch ein Like da lassen, Leute. Ganz, ganz wichtig. Ähm. Ja, ja, und Stream teilen. Und gerne auch die jetzt unten links wegen Beschützer, ne, wieder anschreiben, damit ich euch gleich einladen kann. Herr Maus. Nie, drüber was geht. Ist es immer noch letzter Müll? Nein, nein, nein. Hilde Towers ist zurück, äh, was sich viele gewünscht haben. Es kommen noch mehr, äh, Städte zurück und es, äh, es kommt noch einiges davon zu. Hä. Also, ich glaube nicht, dass da jetzt hier die Season... Ja, die ist schon besser als die vorletzte Season, auf jeden Fall. Als letzte Season kann man noch nicht sagen. Tim Pfeffer, was geht? Kriege ich auch mal Mod? Äh, nicht so, Digga, nicht so. Tim Pfeffer, grüße gehen raus, Bro. Code ist knacks, 00, Leute, hier. Wie gesagt, gerne mitmachen, gerne auch einen Stream teilen, was geht an dieser Stelle? Ähm. Spam den Code auch gerne rein, die Season ist scheiße. Ich, was habt ihr denn hier, also... Was habt ihr ja, die Season, Alter, was ist das denn? Ah, Fokus Astro ist auf dem Stand, wo hast du? Wie heißt du in Fortnite? Äh, Ausrufezeichen Epic. Eigentlich wie mein Creator-Code, aber... Na, musst du ja eigentlich wissen, ja, ne? Master Killer, wie heißt du in Fortnite? Hab ich schon gesagt, ähm... Digga, ich, wenn ich jetzt auf dem Handy bin, Digga, ganz glücklich. Ja, ich, frutsche mal bei der Zeile, Digga, Lust. Ähm. In Axt nur genauer, danke nochmal, Alex, Elias. Ähm, Jan, Schütz, kannst du mich hätten? Ja, Ausrufezeichen Epic, ich nehme mich dann gleich nach der Runde an. Und dann gleich jetzt hier, wenn ich die Maus angeschlossen hab. Ja, du darfst du Lobby, hier, ne? Unten links anschreiben, ganz wichtig, sonst kannst du nicht reinkommen. Ich nehme die ersten, die mich anschreiben, Leute. Tiltet sich zurück, das ist doch tiltet, oder nicht? Also für mich sieht das nach tiltet aus. Eben und dem, um was geht. Was geht, Digga? Wie gesagt, Code ist knackst, nur nur, Leute. Ich muss jetzt Schimans kurz einstellen, Leute, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit im Chat bleiben. Hast du Ferien? Nein, hab ich noch nicht. Unikon, Geil, was geht. Code ist knackst, 0,0, Leute. Ah, Leute, das ist ja gerade kritisch hier, Hase. Ich muss den Stream eigentlich einstellen, aber... Kritisch. Wie gesagt, das Thema dürft ihr selber entscheiden, ne? Wie immer, ne? 4 bis 6 Cent, 2 Sprays, 2 Stigermit einpacken. Habt ihr F.A. gesendet? Okay, nehme ich gleich an, Digga. Ähm. Ah, Leon, auch, oh, Leon, in heute. Gut, Abendpiefers Mod ist da, ne? Mod ist da. Dafür wird ein anderer über den Mod ist, logischerweise. Einmal sehen, wer es ist. Okay, es wird auf jeden Fall sein, Kappa. Nein, ich wäre irgendwie den Mod, den ich nie mehr gesehen habe, nach 4 Wochen. Ich habe da noch einige Mods, die eigentlich aktiv sind, aber jetzt nicht aktiv sind. Also, ja. Keine Sorge, die Mods, die gerade anwesend sind, die haben keine Probleme. So, Code knackst du nur 0. Starte, please. Ich muss kurz hier den Stream einstellen, Leute. Ziemlich, wir haben das Chat. Tut mir leid. Wie gesagt, gerne den Stream auch teilen, gerne auch ein Like da lassen. Ich bin sehr groß voll. Und, ähm. Jetzt muss ich kurz das hier einstellen. Die Insta-Story, Leute, mache ich auch noch schnell, Leute. Das müssen wir nicht vergessen. Wichtig. Aber erst muss ich hier den Stream einstellen. Das kann ein paar Minuten dauern, Leute, auf meinem Handy. Deswegen kurz warten, kurz warten. Code ist knackst, 0,0. So, wie gesagt, kommt kein Online-Leute. Wir werden heute bis 0 aus Stream. Das ist sowieso. Vielleicht für Shop, mal schauen, wie es da läuft. Heute sind die 11,8 Karten. Die Woche, denke ich mal, die 12K. Und ich würde noch dieses Jahr gerne die 13K erreichen. Mal schauen, ob wir es noch schaffen. Weil es sind ja Ferien dazwischen, deswegen. Digga, Finn. Ich schenk dir nichts. Ich hab auf WhatsApp jetzt geschrieben, Digga. So nicht. So nicht. Die Ferien werden auf jeden Fall jeden Tag gestreamt. Das nicht vergessen, wenn du da siehst. Jo, hier. Du streamst ja Montag nicht. Nee, nee. Montags bin ich ja sowieso online, wenn ich, ähm. Bei den Ferien ist das nochmal was anderes. So. Wie gesagt, was wir dann noch streamen werden. Ich denke mal, da wird es anderen Content geben. Mal schauen. 24 Stunden Stream hatte ich eigentlich auch noch vorgehabt. Dieses Jahr zu machen. Wie gesagt, Code knacks 00, Leute. Ähm, ich muss grad einen Stream einstellen, deswegen warten wir kurz. Äh. Ja, 10 Minuten. Ist aber immer so in der ersten Round. Ja. Müsst ihr kurz euch gedulden, Leute. Müsst ihr kurz euch gedulden. So. Ich kann ja eigentlich so nachschauen, was ihr schreibt. Wartet. Ähm. Leon, ja, werde ich kurz mal was sagen. Ähm. Jan. Kannst du nach Donut starten? Ja, tut mir leid. Wie gesagt, kurz streamen. Du willst. Ne, Leon war mehr, also war mehrmals am Start. Wäre schon vier oder fünf Tage. Sehr aktiv. Und, äh, deswegen kann ich halt nur sagen, dass der Mord bekommen soll. Laut meines. Ja. So, meine Erfahrung jetzt ebenso. Ja, bis jetzt ist alles gut angestimmt, muss ich sagen. Code knacks 00. Ja, jetzt ist, Leute, jetzt ist fertig. Nice. Speichern. So, Leute, ich bin gleich da, Leute. Ich bin gleich da. Ähm. Scheiße, ich nehme jetzt das Titel, Digger. Können wir ja das nehmen eigentlich. Let's go. So, Leute, wie gesagt, Code knacks 00. Ich bin gleich da, Leute. Ich bin gleich da. Kurz warten. So, einfügen. Was? Das geht nicht? So, geht denn das nicht, Digger? Also. Okay, dann muss ich das eben so machen, Digger. Pfff. Dann nicht. Dann nicht. So, jetzt das Thumbnail, Digger. Wie gesagt, Code knacks 00. Ich muss gerade ins Stream einstellen. So, jetzt bin ich gleich da. Ey, mach doch jetzt mal. Nein. Jetzt. Ja, jetzt. Endlich. Nach 30.000 Jahren. So. Okay, Leute. Okay, Leute. Somit ist es drin. Und es ist eingestellt. Hm. Müsste ja gar nicht online sein, hier. Ja. Ja. Ja, ist on. No, das ist sehr neu. Danke, YouTube. Danke. So, jetzt muss ich da schnell die Insta-Story machen. Und dann bin ich da, Leute. Dann starten wir die Runde. So. Ach, Digga, ist doch jetzt dumm. Ja. Es geht doch hier. So, Leute. Wir sind live. Let's go, der Hase. Kommt rein. Shopstream heute vielleicht. Mal schauen. Aber wir sind live. Los geht's. Ja. Ist da. Let's go. Wird gepostet, Digga. Und da bin ich in 10 Sekunden hier wieder on-stream dabei. So. Digga, wie lange dauert denn das hier postet, Digga? Ist das für du Scheiße? Ja, danke. Okay. Zurück zum Stream, Leute. Zurück zum Stream. Okay, hier die ersten, die ich dann einlade. Openhausen hier, ne? Dann Aeronelle, Toxic Galaxy oder Unicorn. Eins von beiden waren... Ich glaube, Unicorn war eher da. Ja, mal schauen. Mal schauen. So. Wenn ich dann als erstes einlade. Also auf jeden Fall Openhausen und Aeronelle. Die waren als erstes. Also, wie ich würde sagen, wir machen jetzt los. Wir landen jetzt alle in Lens Lake. Und dann gibt's Skin Contest. Verlierer unterstellen bei mir. So. Was spielen wir? Die Runde ist allgegen all. Simon, was geht's? So. Wir sind gerade momentan bei 15 Likes. Macht aber die 20 Likes voll. Kuss geht raus, Mann. Ja. 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 Hm. Ja, scheiße. Die kommen, Dinger. Schau's auf. Okay, Leute. Also hier. Lens Lake, Leute. Ey, Master Killer, Juni. Oh. Also. Warum jetzt hier wieder 1000. Aber bleibt aktiv, ne? Ich hab wieder hier gestern 400 Freunde gelöscht, ne? Also bleibt aktiv, Leute. Bleibt aktiv. Das ist Customs, Liga. Die nach der Runde ist halt Skin Contest. Ja. Aber wenn ihr nur Lobby seid, könnt ihr trotzdem das Thema schon mal vorentscheiden. Also. Wir können ja auch so mit den Skins schon mitmachen. Deswegen hab ich das Thema vorhin schon gesagt. Wie gesagt, ihr dürft das alles selber entscheiden. Aber ihr braucht vier bis sechs Cent, das ist eigentlich richtig. So. Morgen ist sowieso Shopstream. Äh, egal was ist. Diga, ich schenke euch hier ne sinnlose Tarnung, Diga. Wieso soll ich das schenken? Ich verlos die V-Bug Spider-Rain, die ich zur Zeit hab. Äh, werde ich vielleicht am Freitag machen zum Shopstream. Oder am Samstag. Das sieht's ja, was geht. Wie gesagt, da alle jetzt landen, Leute. Und ja. Wie gesagt, nächste Runde ist im Grunde, das Thema dürft ihr selber entscheiden, Leute. Vier bis sechs Cent, zwei Sprays, zwei Sprays, zwei Spray mit einpacken. Und... Und die Grunde, was ist nicht so aktiv, muss ich sagen. Klar ist sie bei Beschützern, die ist das. Aber jetzt hier im Chat nicht. Nein. Was schreibst du denn, Simon? Also über was? Ich hoffe, ich bekomme jetzt ne Waffe, Diga. Lies. Jut. Oh. Das ist schon mal ein guter Anfang, muss ich sagen. Erste Round. Ich bin immer noch Level 1, wenn ihr das sehen könnt. Also ich hab gar nicht gezockt oder so. Neues Season, außer halt gestern im Stream. Ja, geh weg, du musst die Waffen holen. Das ist all in all hier. Und danke für den Biggie, Diga. Scheiß, große. Was macht der denn? Alter. Was baut es denn da nicht? Ach, Diga. Du müsstest zwei auf mich schießen. Was für ein Rotz. Oh. Alter, das war ein Lucky Shot, muss ich zugeben. Keine Ahnung, warum ich den jetzt so getroffen hab, aber... Das war halt mein Reflex, irgendwie. Kritisch, kritisch, kritisch. Wieso habt ihr jetzt Patrizia getimed oder das, was wiederkommen wird? Äh, Keys. Wo sind jetzt die nächsten Leute? Die müssen mich pushen kommen. Ähm, nice. Wie sähe, nun, was geht. Sowas gehört nicht in diesen Stream, ja. Wieso konnte ich nicht schießen? So ein Treck-Stream-Sniper, Diga, ne? Gucken die an, Diga. Das ist so lächerlich. Ah, Diga. Ja, Karma, Diga. Ja, Keys, okay. Diga, es war so Karma jetzt, Diga. Er hat auf einem Treck-Stream geschaut, Diga, wo ich bin. Und ich hab mir auf den Chat geschaut. Sehr, sehr nice, dass du mich dann gekillt hast, Diga. Finde ich gut. Nimmst du erfahren, ja, nehme ich an. So, eins, ja, ne, noch drei Leute live. Gleich das Skin-Contest, Leute, in den nächsten zwei Minuten. Wie heißt denn, bist du Leon Tri, ne? Na, safe. Ah, hier Openhausen, glaube ich, das geht, ne? Boah, Dinger. Ich will die Nomad-Pump wieder haben, ne? Schon jetzt keinen Bock mehr auf die Pump-Kanns. Also immer so, wenn du das hörst, Diga, die Campen alle, bis du rauskommst. Hier. So eine Ziju-Pump. Quaas, was geht, Diga? Ja, mit der Ziju-Ali, ne? Du wusstest genau, wo ich bin, bist genau mir reingelaufen. Also, wenn das kein Streamside war, weiß ich auch nicht. Das ist halt ehrenlos, Diga, du. Also, ich hab auf den Chat da geachtet. Wie soll ich aufs Game da achten, wenn ich mich kurz heal? Hättest du mich gar nicht sehen können. Ja, und ja, eher Openhausen, Dad. Oh, hat jetzt, äh, Blue Tactical, wie viel Damage machen die eigentlich, Blue? Nein, witzig, das war ja, dann durfte er Streamside mit mir, bloß es war halt ehrenlos. Halt, ne? So eins gegen eins Situation. Ja, der scheint nicht hier zu sein, das heißt, Focus Blaze hat gewonnen. Ja. Wir gehen raus. Dann, äh, ab zu SkinCottes. Let's go. Also, Kies, ich würde sagen, also, ich würde die eigentlich verlosen. Am Wochenende. V-Bucks. Sommer, Sachs, danke dir für dein Abo. Kuss geht raus, Mann. Okay, ich lade die ersten jetzt ein, Leute. Let's go. Äh, jetzt ist SkinCottes, Digger. Ihr müsst jetzt, wie gesagt, das, äh, Thema... Nein, kein Wurde. Ach, Digger. Ich hab gesagt, man, du... Ach, nicht. Ich sag, ehrlich, der... Äh, das geht nicht. Ey, wieso kann ich dich einladen? Hey, hallo. Danke. Zwei, ja. Und die Convair R. Und Erynele war 38, 42. Ja. Erynele ist ein Kanin. Let's go. So, Leute. Ja, wie gesagt. Erynele, go. Moin, OpenHausen. Ich find's gleich Season, äh, das ist meinung, so, von der Season. Ich bin der Typ, der mich getötet hat. Ich hatte die ganze Zeit 33 HP. Was, äh, only dead, ne? Irgendwie. Der hat ja reiches Frame, irgendwie. Ja, KB... 21, was geht. Code ist Knacks. Wartet. Schaut gerne unseren Discord. Ah, Kies, ich sprem den Link rein. Gerne reinscheunen. Code ist, wie gesagt, Knacks 77, Leute. Ey, Radu, wenn du mich anschreibst, hier unten links. Das geht nicht, der Code, was? Bro. Dann nochmal neu. Ja, wie hast du eigentlich den Scan bekommen, ohne... ohne... ...Piute zu werden? Wie? Piute? Was heißt denn das? Na, Clue, ford me. Ich bin doch von einer Clue. Aber dann bekam man davon 25 Extrastufen. Ja, echt? Ja. Ich bin nie begerückt. Hä? Code ist Knacks 90, hä? Ich hab... Ich hab... Ich hab das geholt. Also, ich hab hier... Battle Pass bekommen. Skin. Pigex. Und eine Tarnung. Ja, oder bekommt man jetzt auch... Nein. Nee, es gibt keine 25 Extrastufen. Ich selber es auch nicht. Aber da steht... Du kannst nur... ...jeder Zeit, wo wir uns dann... ...Battle Pass-Lessels freischalten. Ein Paket oder so. Guck mal, ich jetzt da hingehe. Guck mal. Battle Pass. Ja. Ich kann das kaufen. Für 1800. So sagen. Ich hab zwar so ein... ...Empfängung... Also, ich hab da so ein Angebot halt. Das ist nicht kostenlos. Code Knacks 90, Leute. Wie gesagt, das Thema dürft ihr selber entscheiden. Oder 4 bis 6 Cent zu 2 Sprays, was sie gerade einpacken. Schimmel wahrscheinlich auch cool. Masterkiller? Ja, kannst du machen. Lohnt sich eigentlich immer zum Anfang der Season. Ich kann wieder Beschützer sein. War gestern auch Entfieber. Jo. Kannst du gern machen, Digga. Fokus. Tut uns jetzt schon Level 100. Ja, ja, die suchten durch. Die suchten durch. Lass mal Skin Contest machen. Machen wir ja gerade. Kanacks TV. Leon, sehr, sehr gut. Also, sehr krasse Mod-Arbeit von mir zur Zeit, ne? Muss ich sagen. Der aktivste allgemein, Rode. Also, insgesamt ist es in der Woche. Gesagt, Rode. Thema dürft ihr selber entscheiden. 4 bis 6 Cent zu 2 Sprays, was ich glaube, da war. Weißt du, die ganze Zeit bist du mit 33 HP und ich kommst so ein Gegner-Push mit 200 HP. Also, da vor Ort schon noch 100 und dann hol ich ihn einfach noch. Und dann kommt der. Und dann kommt... Ich bin die ganze Zeit abgehauen und hab versucht, mir medkit zu gönnen. Warum machst du so spät Skin Contest? Wie spät? Die haben es eben 20 Uhr. So, noch 10 Likes sind wir bei 30 Likes, Dicke. Gerne mal einen Likes lassen. Wenn euch das nicht getan haben. Gerne auch einen Stream-Tineloader. Gerne mitmachen. Wir starten in 2 Minuten die Runde. Gute Nacht, Berat. Wie lange machst du den Stream? 0 Uhr vielleicht. 10 Likes bin ich krank. Also, ja, Kiminator. Ich hab dich aber jetzt auch nicht so gesehen, ne? Hast du deinen Namen geändert? Wenn ja, wie hieß du vorher? Wenn ich darf in deinem Lobby weiß, wie gar nicht so... Ah, jetzt. Leute, Code ist knacks 90, was ist denn das hier? 16 Leute sind drin. Komm mal online hier, was ist das? Fortnite hat mal was Gutes gemacht. Man kann jetzt mehr was Incoms machen. Ja klar, das stimmt. 1, 2, 3... Ja, die haben überhaupt nicht Custom Games angepasst. Ach, schade. Ich hab hier schon Gold. 1.300 Euro. Von diese Goldressourcen. Auch 60 Sekunden, Leute. Wie gesagt, das Thema dürft ihr selber auswählen, Leute. 4 bis 6 Tense, 2 Sprays, 2 Stinger mit einpacken, Leute. Ganz, ganz wichtig. Und, ja. Wenn ich in Karsten Games mein Gold auskriebe, äh, zählt es dann auch, also zählt es dann auch, nee, oder? Nee, nee. Gut, dann kannst du mir einfach jedes Mal... Security kannst du machen, ja klar. Dann kannst du einfach jedes Mal eine Dragon Schriftflitte holen. Ah, die Erkan, was geht, Digamon, Meister? So, die Stuhl mal wieder richtig anpassen, nee, sonst liege ich hier, ja. Noch... 20 Sekunden. Niki, was geht? Ähm... Also hier nochmal zu dem... Warte, hat er irgendwas dazu noch geschrieben? Nee. Ja, hier nicht. Ach, Montag bis... Ach, stimmt, Digamon. Montag, was geht, Mann? Wie lange nicht mehr gesehen, irgendwie, das ist schon wieder lange her gewesen. Was geht, Mann, was geht? Der Montag ist da. Lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen. So, Leute, ich würde jetzt starten, Digga. Ja, Skin Contest. Ja, Thema, dürft ihr selber entscheiden. 4 bis 6 Cent, 2 Sprays, 2 Sieger mit einpacken. Dann noch, Leute, wir landen nirgendwo. Wenn ihr aus dem Bus raus springt, direkt den Kleider öffnen. Hast du jetzt eigentlich dein Internet? Nein, ich hab das in 6 Tagen. Nächste Woche, Mittwoch, hab ich ja gesagt. Dann hab ich mal Internet, Digga. Und dann kann ich hier mit 1080p, 60 FPS streamen, Digga. Ist schon eine gute Quali dann eigentlich. Für PS4 ist das eine sehr, sehr gute Quali. Jedi-Wand, was geht, Bro? Julia, was geht? Nein, warte. Ich muss aber jetzt starten, Digga. Schon wieder hier Minus. Ja, ich habe ihn geändert, aber passt schon, Bruder. Nicht schlimm. Ich schwöre dir, ich mache immer mit. Der wies nur vorher. Wie war dein Name vorher, Digga? Okay, Leute, wir gehen rein. Oh, ja, Digga. Ja, nochmal, was geht. Ihr müsst euch spielen. Yalu, hier, der Code, knacks 9-0. Ich will jetzt nicht 10 Minuten warten. Tut mir leid. Thema dürft ihr selber entscheiden. 4 bis 6 Cent zu 2 Sprays, Digga. Gerne Like gelassen, gerne Stream teilen. Okay, 30 Sekunden, dann ist wirklich alles los. Dann geht es ja wirklich los. 15, ja, noch 20 Sekunden jetzt. Länger, warte ich habe jetzt wirklich nicht mehr. Dann ist die Feierabend. Um HBM, was geht. 10 Sekunden ab. Jetzt, wie gesagt, nicht landen, Leute. Ja, direkt klar dürfen. Die wird es halt Junior-Proof-Fortnite. Hm? Die wird es halt Junior-Proof-Fortnite. Ja, voll. So, wir gehen rein, Leute. Let's go. Das kann er gar nicht machen. Ach, der Corazon ist am Start. Der Corazon. Zwischen einer Tige, 11,99 Euro. War ein PC? Zwei Wochen. Also, wenn es keine, äh, Schwierigkeiten gibt, aber. Wie gesagt, erst Weihnachten ist es soweit. 24, 25. Es ist jetzt fast zwei Wochen ungefähr. Oder halt kurz von 20. Ist Zeit rum so 20 bis 25. Vielleicht sogar am 19. schon. Aber Internet ist schon nächste Woche Mittwoch da. Das ist schon nice. Wo ist Scheiße geworden? Ja, Kicking. Ist jetzt nichts mehr, Digga. Ja, ist jetzt viel Talk, ne? Also, ich ändere mich gerade nicht. Was soll es sich so aktiv im Chat? So, Leute. Jetzt hier rausspringen und direkt den Kleid öffnen, Leute. Nicht landen, ganz wichtig. Ihr dürft nicht landen. Die Tari, was geht, Mann? Ja, ich kann ja auch gar nicht aimen. Guck mal, wie langsam das ist. So, Leute, hier. Was ist jetzt eigentlich so in deinem Main-Häuser? Main-Häuser? Was soll meine letzte Zone da ist? Ich hab doch gar nicht gezockt. Äh. Filter Towers. Dann Jurassic World. Und... Lazy eigentlich noch. Und Gladiator. Arena. Kolossium genannt. Ja, gut. Sieht ja nicht aus, als Kolossium. Aber... ...wann hast du vorhin eigentlich ...anach nicht mit dem Box-Set drin, ...als ich wäre in der Lazy-Saison. Boah, ist ja laut, der Kleider von dem Typen. So. Bleib weg! Ich bin der Musik leider. Nee, noch nicht. Ja, der sieht so geil aus. Quasi, wie findest du eigentlich eine neue Season? Wie findest du die neue Season? Noch 40 Sekunden an Land-Melode. Da geht's los. Delta, was geht, Lazy-Ga? Delta, die nicht, Delta, Lazy-Ga? Hm. Stell dir mal den Mod, komm mal durch, oder? Findest du? Ja. Also Peace, ne? Verwarnung. Was soll ich so sagen, was hier, Digga? Nee, nee. Isari, next Cloppy. Ja, nee, was geht. Andreas Knepper, was geht, Digga? Und Meister. Ja, gerne, wie gesagt, ein Like da lassen, Leute. Gerne auch im Stream teilen. Und wir landen, Leute. 1 Sekunde in. Ja, Cat Icona, let's go. Wir sind so. Sehr gut. Gerne auch im Ammo da lassen, Leute. Gerne auch im Stream teilen, ihr wisst Bescheid. Und jetzt gehen wir rein, auch für die nächste Runde, das Thema durch die selber entscheiden. Abfahrt. Können die eigentlich schon reden, oder? Nein. Unico kann reden, Aaron, eigentlich nicht. Schöne 5 Minuten kassiert, Digga. Schöne Treppe. Oh, ich hab die ganze Zeit schlechte Kraft bei ihr. Also, ähm. Dieser Yaki Mato, die der heißt, ne? Der muss mal, der kann ja sagen so, was man nur weiß, wo er am Start war. soll man sagen, so was, was ich halt jetzt noch nicht gesagt habe in dem Zeitraum. Was du eigentlich nicht wissen kannst, wenn du jetzt nicht lange dabei bist. was du jetzt eigentlich hast, dass die Kapp rausgehoben wurde. Was? Wie würdest du, dass hier jetzt die Kapp rausgehoben wurde? Nicht gut. Ja. Ich bin nur mit Detekt, man ist ja jetzt. Naja, ich weiß. Das ist, glaube ich, jetzt der zweite Tag. So, ich hau das mal weg, Digga. So, ich komm jetzt zu euch hoch. Ich hab noch gar nichts oben aufgebaut. Ja, nice, Leute. Hier, hier, replay. Hier, replay, Leute. Das muss stein sein. Nein, 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 nein. Das muss stein sein. Das ist mir ja, ihr müsst das replays nicht einfach. So, abhauen und dann... So. Weil, das kann so... Ja, sonst fängt das ab. Oh, Digga. So, okay. Die da aufgebaut. Nice, Leute. Jetzt, wie gesagt, die Anstände, Leute. Die Anstände und Tanzen, Digga. Wichtig. Alpha und Majan, Digga. Den kenne ich noch, Digga. Der ist auch schon lange dabei. Ach so, Killer. Der Baum will dich töten. So, ich kann auch. Das ist aber... Giri. So. Okay, los geht's. Ja, kann weiter. Der Nächste. Die Weitersen müssen sprain loaden. Ihr müsst, wenn ihr weiter seid, sich in die Wand nehmen und sprain. Hm, nee. Find ich nicht gut. Der Nächste. Wie das? Die haben wir ähnlich, wie wir es geht, Digga, Mondmeister. Wie gesagt, nicht vergessen, einen Like da zu lassen, Leute. Wenn ihr nur seid. Ja, kann eigentlich weiter, Digga. Nächste Heidi-Skin. Das macht Heidi. Nichts. Na, dann muss er weg. Hä? Wir hatten das gemacht, Digga. Wer war das? Ja, der hier bei mir. Baut nicht. Waren die alle auf dem Dach, Digga? Da. Waren die alle auf dem Dach? Habt ihr? Ja, die waren alle auf dem Dach. Ach so, gut. Nein, da war noch einer, wo ich markiert habe. Heil mich. Heil mich doch. Da, 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 da. Bau doch, bau doch. Unicorn, bau. Heil mich. Das sind zwei. Guck mal, was ist die Meldung? Ich mach dir. Die töten sich gegenseitig. Ja, der hier genau vor dir, Aaron Nelson. Der noch, der ist noch böse. Der ist dead? Komm on. Okay, nice. Ey, alle Schleppenleute sind nicht mehr hoch. Errived noch Unicorn. Ich tu mich healen. Dann können wir weiter machen. Ja, warte. So. Du hast 882 Bar. Hm. Woher? Weiß ich nicht. So, wer ist denn das noch hier? Wo ist irgendjemanden anonymen sein? Ich guck doch nicht. Ja, wer? Wir haben ihn, nice. Okay. Äh, das ist noch einer. Das ist noch einer. Noch hier. Das ist noch einer, Digga. Digga, wie dumm ist das? Hä? Digga, die alle sind süß, aber... Ja, wohin. Wer lebt jetzt noch? Ja, wegen Ereion. Wer hat da los auch was? Wo sind die anderen jetzt noch, die leben? Keiner mehr, oder? Ja, egal. Ich war doch lieb. Ja, da haben die halt gewonnen jetzt, ne? Ja, Mann, du hast gewonnen. Verstehe ich nicht, warum die jetzt hier alle gegenehmig waren. Unser Team ist halt... ... ja. Nein, derselbe Skin wie du. Ach so, ja, okay. Die dachten, weil ich der... Gut, weil ich den Skin hatte. Shit. Warte mal, kann ich irgendwas... Ich nehme jetzt mal ein Bad Bling, Leute. Da könnt ihr mich halt besser erkennen, Leute. Code ist jetzt, Leute, ja? Die Round Skin Contest. Code ist, Leute. Also ich mach schnell, Leute. Bereit. Wartet kurz. Digga, wieso tust du dir wieder Time outen? Kies. Was soll denn die Scheiße, Digga? Den Pfeffer haust du rein. Code ist... Geht nicht. Ah, danke. Danke. Code ist... Meine Güte, Digga. Wieso geht denn das nicht? Den ist nicht so, was geht, Digga, Mon Meister. Wie gesagt, Leute. Thema ist, Leute, dass ihr das Thema selber aussuchen dürft. Äh, vier bis sechs Tänze mit reinnehmen. Zwei Space und zwei Sticker. Und... Code ist, wie gesagt, knacks... ... ... ... Ich hab zwei mal die gleich aufbauen. Fürs Anlügen. Weil, wenn das ist, wenn er die Wahrheit sagt. Diese so... ...wieso eigentlich Lügen, Digga. So. Also ich verstehe... ...dich da nicht, Kies. Code, Knacks, 1 und 2. Ich hab zwei mal die gleiche Aufgaben. Für die eine Aufgabe bekomme ich 95. Und für die eine 50. Wann ist nächste Lobby? Fragt, weil ich noch nichts... ...weil ich noch was mache. Äh. Halbe Stunde. Circa. Spielgebäude. Sag ihnen beim Mets bitte, dass ich Beschützer bin, haben mich letztens um den Kill. Ja, wer warst denn du, welcher Skin? Wer hat denn immer das Dach eigentlich aufgemacht, Digga? Wer war das eigentlich? Äh, hier so ne... Boah. So ein Shiri-Skin, ne? Ja, ja. So, OG-Fox, was geht das Thema, Leute, ist, dass ihr das Thema selber entscheiden dürft. Ihr braucht keine Storys, reichen 4 bis 6 Cent, 2 Strichen, 2 Sticker aus. Code ist, wie gesagt, Knacks, 1 und 2, Leute. Ninja Ninja auch am Start, mein Meister. Dann dachte ich, er hat die Granaten reingeschmissen, dann habe ich auf ihn geschossen, aber dann war das gar nicht mehr. Ja, irgendwie war irgendein Irritierend, Panda, was geht, hatten viele Leute, die halt dieselben Skins, ne? Das war halt kritisch. Ja, was... OG-Fox, danke dir für ein Abo, großes Dankeschön, Bro. Ja. Panda noch mal, Mann, Meister. Ey, ich wollte mal fragen, Itari. Wollst du eher reinkommen, oder was? Wieso die Frage eigentlich schon? Klar, damit du weißt, wann du reinkommen kannst, aber... Keyst du, oder? Kann doch nicht schon. Okay, wir sollen nicht den roten Bastenskin nicht töten. Den roten Super-In-Skin. Nicht töten und den Rennfiebers genau nicht. Was ist das, ein roter Bastenskin? Ich war lange nicht mehr dabei. Oder Super-In-Skin. Ach. Wieso hast du ein Chamäleon als Profil, wenn du Gecko heißt? Das hat ein Zuschauer für mich gemacht. Das Profil-In-Skin. Also ich habe das einfach... Ich fand das so halt nice. Scheiß auf Chamäleon oder nicht. Kann mir einer erklären? Hast zwar recht, Digga, aber hat ein Zuschauer für mich gemacht. Das Profil-In-Skin. Ich habe abonniert und liked. Danke dir, ich habe Shadowflame für ein Abo. Habit ja, okay, nein, das war zu bescheid. Kannst du mir erklären, warum du keine Formen zum Beispiel extra-Schriften-Programm hast? Weiß ich nicht, warum. Das ist echt, ich wusste gar nicht, dass es so ist. Gibt's, oder? I don't know. Ich glaube, die Leute, die das haben, haben so einen Rabatt, wenn du die Stufen kaufen möchtest. Weil ich habe Rabatt auf die Stufen halt. Weil bei den anderen YouTuber, die haben sich, glaube ich, Adel-Cryo geholt, dann hatten die alle vorgeführt, ich habe das nicht gesehen. Oder ein Bug halt einfach, ne? Oder ich bin einfach nur los und lass auf was anderes. Angespuckt und drauf, ne, das ist aber, der hat nicht beleidigt, gar nichts, der hat nur gesagt, dass er dabei ist. Wenn er die Wahrheit sagt, das ist ja dumm, so, hä? 1080p machen, die konntest du vorher nicht auf 1080p machen. Ich stream nie über 1080p, erst nächste Woche Mittwoch. Also Leute, es kann sein, dass nächste Woche Mittwoch der Stream 21 Uhr startet. Weil ich, das wird einstellen muss dort. Weil, oder so, Kreuz, und das geht. Außer ich habe das ja jetzt schon früher, 17 Uhr. Manchmal erst, also, ich will auf jeden Fall nächste Woche Mittwoch mit einem neuen Stream. So, wir gehen jetzt rein, Leute, in 30 Sekunden, Leute, ich erkläre nochmal alle Regeln. Also Leute, Skin Contest, das Thema dürft ihr selber entscheiden, Leute. Ihr braucht vier bis sechs Tänze, dann zwei Sprays und zwei Sticker. Wenn ihr aus dem Bus rausspringt, direkt den Kleid eröffnet, Leute. Wie gesagt, lasst gerne ein Like da, Leute. Lasst du gerne ein Abo, da aktiviere die Glocke. Gerne auch ein Stream teilen, wie gesagt. Und, ich habe Dreckung auf den Fernern, bei uns vor der Füge. Das ist nice, das ist nice. Ihr verstehe nicht, mein Bruder weint gerade, als dass er gebannt wurde. Oder ich finde nichts, ich finde sowas gut, aber okay. Was, das habe ich damit zu tun, was er gebannt ist, Digga? Dein Bruder. Nein, da hat einer geschrieben. Philipp, hi Gekko, ich verstehe sowas nicht. Mein Bruder weint gerade, dass er gebannt wurde, für nichts. Ich finde sowas nicht gut, aber okay. Ich auch nicht. Vielleicht war er auch im Janu dabei. Peace. Julio, was geht's? Julio ist er gesagt. So Leute, wir gehen rein jetzt, würde ich sagen. Wie gesagt, joint auch gerne unseren Discord-Server hier. Neuer, by the way. Der ist sehr, sehr frisch. Sehen könnt gerne reinkommen, Leute. Und damit würde ich sagen, lange genug gewartet. Gehen wir rein. Bei der letzten Etappe sind alles über Fragezeichen. Ja, das sind Mystisch-Skins oder wie man das nennt. So. Los geht's. Wie gesagt, Leute, nicht landen, Leute. Ganz wichtig, nicht landen. Ist mein Bruder, er, achso, da gebannt. Ich dachte jetzt im, ach, Digga, ich dachte gerade hier. Äh, bei. Bei Fortnite, dachte ich jetzt. Äh, Yaki Merto, der musste, okay. Ja, ich habe ja auch schon Keys hier. Äh, OG Fox, nein. Ich habe ja schon Keys hier angefaucht, deswegen. Das, äh, finde ich auch nicht okay, dass er den einfach so bannt. Man ist nur Grund. Beleidigen. Ja. Oder halt unnötigster Spam. Außer der Code, dann dürfte ich, glaube ich, wenn es im Magic was geht. Ähm. Sonst halt nicht Eigenwerbung, zum Beispiel noch. Ja, also wie gesagt, äh, nochmal hierzu, Keys hast du für 5 Minuten getimut, ne? Also den, ja, Kni Merto oder wie du heißt. Oh. Ich hoffe, weil sonst würde ich wieder den Enten per, ja, Versuche bei meinen, äh, Bandenleuten halt. Würde ich den Kanal-Link einfügen und dann halt, ja, müsst ihr einfach über Instagram mir dann, euren Kanal-Link schenken. Schon, schon, irgendeine Frage, Joost, ne? Ah, Lügen 1, wo der Tod. Ja, aber das Ding ist halt so, mit dem Anlügen. So, jetzt hier raus springen, die Kleider auf den Leute. Er hat ja nicht, wie wir wissen, dass er gelogen hat. Hey, Peter. Wenn er sagt, du hast dich verändert, das stimmt, ja, dass du dich verändert hast, also. Klar. Der Einer hat geschrieben, jetzt wirst du bis wiegt, nein. Ha, ha, ha. Ja, solltest du mal richtig schreiben, Digga. Eieiei. So, jetzt müssen wir gerade noch die Sound, Leute. Regativ. Direkt, den Kleider öffnen. Das kann er aber nicht wissen. Ja, logisch. Jeder verändert sich nach, du bist doch älter, Digga. Kannst du uns was schenken, den Battle Pass? Nee. Philipp Ilo, was geht dir, Digga, mein Meister? In Jau raus, die Frage. Seidens, er hat gesagt, er hat nur seinen Namen geändert. Ich habe... Die Coins. Die da nicht so lange am Start, okay, kannst du aber, ja, gut. Ja. Oh, wie laut ist das? Mit den Coins ist eigentlich ganz schlau gemacht. Die haben ja auch schon letzten Monaten, ne? Leit mir eben, Kleider weg. Der nervt. So, noch 60 Sekunden, oder? Hallo, was geht, Maxime, ich musste schauen, wie sohn ist, Digga. Laufen die sohn. Sloppy, kommt noch Sloppy, Digga. Los geht's. Wie viele ist eigentlich für die neuen Fische? Ich glaube, wir müssen das mal gelten. Ja, finde ich gut. Ist eine OP eigentlich, die... Aber... Ja. Eine Fischeart konnte man bis zu Fische mitgeben, oder so. Die bringen 15 New Life und 15 Blue Life. 15, okay. Aber beide Schild. Aber... Gibt's doch die, äh... Die dann in Floppe, also die... Die Schild machen. Ja. Also beides. Ja. Ich schätze jetzt mal, ja. Gut, da hast du jetzt 5 Minuten einfach stille Treibung gegeben, okay. Dann ist berechtigt. Dann ist gut. So, Leute, kommt mit. Och, Digga, ich dachte grad, Digga. Komm, mit das Haus, Leute, ja. Wichtig. Zeig's euch, Leute. Ja, das ist gut, Digga. So, Leute, das... Das Haus, hier, das ging, auch Lust. Junge! Bist du gestorben, Digga? Mach das mal jetzt zu Ende, Leute. Baut das mal zu Ende hier auf. Welcher Skin war das? Welcher Skin war das? Äh, so ne weiße... Ne, ich meine gelbe... Banner-Pan. Der gelbe Banner-Pan. Ja. Hat nur ne Harpune, jetzt hat er ne Grau-Tag. Und das Solo. Geht nicht. Ich hab keine, ähm... Ich hab keine was? Keine Mets? Digga, mit dem Gold, das verwirrt Übelst, ne? Er arrived mich, arrived mich, ne? Ey, was ist da rum? Lauf doch zu meinem Mate, was macht der? Heil mich einfach, heil mich. Eryon, heil mich. Eryon, komm! Heil mich! Komm hierher, komm schnell. Ja, das töte den weißen Banner-Skin. Nein, die soll... Die soll die Karte holen, Digga. Das ist doch seltsam. Nicht töten. Nicht töten. Okay. Geh weg, geh weg. R&L! So, ich werd's revived. Die Karte holt. Er wird's schön. Nice. Schmeckt. Wir sind wieder da. Ich will seine Karte schliessen. Okay. Okay. Okay, Leute. Dann geht's jetzt weiter. Och, Digga. Ja, trifft was... Ey, da kann ich's übertreffen, der Typ, Digga. Also, das ist wirklich... Der, ja, töten. Das ist wirklich kritisch hier. Alles, danke, Umhausen. Meine Karte. Okay, geht mal hier, Leute. Alle jetzt, die noch leben. Komm mal her, zu der Wand. Wir müssen mal da... Ja, wir dürfen mich erst mal. Okay, der ist ja jetzt schon tot, Mann. Ich glaub, einer von meinem Team ist... Ja, das kann sein. Du bist jetzt kein Sniper. Ja, ich glaube. Ich kann ein bisschen spät. Okay, Leute. Mal jetzt. So, also, die noch leben jetzt hier, ne? Komm mal hier, zu den... Ja, zu der Wand hier. Und sprayt. Boah, die Autos mal weg. So, hier, Leute. Alle mal hier in die Wand gehen. Richtig. So, und sprayen. Danke. Ich hörte die. Die sind ja so scheiße. Johannes, wie es geht. Eigentlich ist das, die Cora, was geht. Ja, nee. Das, äh... Die Leute, das sind nicht, die im Stream sind. Ja. Das sind nicht, die im Stream sind, Digga. Die sind auch so kacke, Digga. Aber der hat einfach... Alter, Ibra Hialiwitsch hat er eben gewonnen, die Round. Der hat bis jetzt die beste Comedy gehabt, die ich jetzt hier sehen konnte. Ja, verlass. Neuer Round. Wiederholung. Johannes, was geht. Johannes, was geht nochmal? Was ist jetzt die neue Lobby? Neue Lobby ist erst nach der Runde. Das ist jetzt die zweite Runde erst gewesen, ne? Eigentlich. Keine Ahnung. Doch, das war erst die zweite Runde. Die Runde habt ihr noch. So. Achtung, das neue Lobby. Tod ist jetzt, Lode. Tasche, die Scheine. Ach, lol. In das Haus. Oh, mein Mann, es wird gerade anders los. Ich dachte, wir sind heute noch einmal rein. Wie lange bist du da? Halt auch so die Uhr bei der Schminkrank. Ist ja lange. Nein, mir jetzt streamst du ne... Richtig schrei im Itachi. Erenel, bitte ready machen. Ja, nehm nicht. Der ich gestreamst, aber es labert dir für ne Scheiße. So. Ich kann die Tasche einladen. Ja, hab ich. Wartet kurz. Ja, ich muss einen ganz neuen Code anmachen. Kann ich nicht machen. Wer ist denn frech? Ich verstehe sowas nicht. Ich hab nicht die Wahl gesagt. Doch die Wahl gesagt. Warum hängst du dir auf mir rum? Warum muss ich machen, damit ich... Äh, aktiv sein im Chat-Code reinschreiben, Fragen, Beantworten und so. Er kommt nicht rein, Digga. Was ist denn jetzt hier? Doch, hab ich. So hab ich das gemacht. GNT-Boy, Machos, es geht's. Der hat irgendwie 5, 6 Leute einfach angegriffen, Digga. Inklusive mich. Also, äh, ich hab das alles auf Video. Ich hab das alles geklippt. Also, diese Mystique, die grad eben hier drin war, ich hab alle Kills, die er geklippt hat, geklippt und keiner von denen hat was gemacht. Teilweise... Nee, aber das ist eigentlich ein guter Beschützer, der ist schon lange am Start. Ich schwör's dir. Ich hab, ich, äh, hab gesehen, wie er jemanden geklippt hat. Ja, jemanden, der ihn vielleicht angegriffen hat oder Waffen geklaut hat. Digga, Trammer im Auto getötet. Dann, äh, dann hab ich gedacht... Wenn das inner wäre, hätte er mich nicht re-wrive. Das wär halt dumm gewesen oder so. Steh doch bitte, Gekko, lass mich doch mal ausdrehen. Dann hab ich, äh, irgendwann mitzocken. Johannes, kannst du ja machen, Digga. Dann hab ich ihn nicht angegriffen, hab ich ihn mit Splasher abgeworfen, bin weitergelaufen, er hat mich getötet. Kauts geklaut. Dann, dann hab ich ihm zugegriffen, hat er noch einen getötet und noch einen getötet und noch einen getötet. Ich kann dir die Clips schicken. Da siehst du alles. Dass die Gegner nix gemacht haben und dass er die einfach angegriffen hat. Ich hab das alles geklippt. Kies war mit mir dabei. Mach bereit. Ich hab gerade mit ihm auf Discord gesprochen und dann ist dein Teammate gekommen. Aber ich hab's ja auch gesehen. Oveus hat's auch gesehen. Aber die Logik ist da nicht ganz dahinter. Wartet mal, ich muss noch eine Grube machen. So, wartet. Komm mal rein. So, Openhausen und Kismu Unicorn. So, jetzt nochmal neu, Leute. Kauts, sag ich jetzt. Ja. Geco? Ja. Machen. Ja, ich schicke dir die Clips. Ich versteh's auch nicht. Es war ja dein Teammate, aber der hat sechs, sieben Leute gefühlt gekillt, die nicht mal Waffen hatten. Ja, dann waren da noch die Teammates dabei. 4-4-5, Knacks 4-4-5 ist der Code. Ich hab da auch gekillt, so, ich hab keine Teammates, deswegen, äh, konnte ich nicht revive werden. Ich war instant tot, ich hab ihm ja die ganze Runde zugeguckt. Klar nix, äh, Montag. Er hat jemand gekillt, egal, ob das jetzt Streamsniper war oder nicht, hab ich nicht gesehen, vielleicht war's ja auch legitim. Bin ich weitergelaufen, hab ich ihn mit Splashern abgeworfen, Massimi, Mejano, Bonaco, Code ist knacks 4-5, Digga. Der Code müsste eigentlich gehen, ne? Oder nicht? Er hat wahrscheinlich, äh, manche Spieler, die gar nicht gespeelsnappt haben, zum Streamsnappen gebracht oder so. Nein, nein, ey, guck mal. Ich schicke einfach die Clips später in den Discord rein, dann könnt ihr euch die mal alle angucken. Also werde dann auch sagen, der ist legit, Digga. Der, der, der... Gebt nicht? Was ist denn das, Digga? Wie geht denn das nicht? Wartet, mach. Also jetzt geht's ja wirklich so weit hier. Mach mal bereit. Komm mal neu. Tut mir leid. So, Code ist jetzt nochmal neu. Knacks. 8-9-0 ist der Code. Nein, 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 ich will ja kein Mund. Code ist knacks 8-9-0. Gecko hat gesagt, ich würde vielleicht nochmal eine Chance bekommen, aber will ich gar nicht, ich bin dafür viel zu faul. Ibrahim, wir machen jetzt, äh, so, der Code müsste jetzt funktionieren, oder? Ja, safe. Geht der Code? Er geht. Ah, danke. So, da hab ich mit meinen Edits geflext hier. Dann, ich, Gecko, ich, 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 kommentier mal. Ich kenn mir Splasher, dann läuft da einer vor ihm weg. Ja, aber, das ist halt unlogisch so. Der killt die, dann beschützt er mich, killt die andere Leute, aber nee, die vor ihm waren. Und dann tut er mich sogar reviven. Das ist halt diese... Und der ist schon, schon übel lang am Start und hat nie irgendwie Stress gemacht, oder so. Dann, der du bist so auf Team-Mate und so Basis. Ja, ich denk so, alles cool. Dann, er ist hinter mir mit Schillen. Das ist doch dumm, Digga. Code knacks 8-9-0. Dann, ich werfe ihn mit Splashern ab. Jemals egal, ja. Und dann im Invental ergreift mich plötzlich an und kelt mich. Ich mach diese Runde mit, also kein Beschützer, okay. Wer denn? Nee, nicht, Aaron Nelson. Der wusste gar nicht Bescheid, dass hier jetzt, was um den geht im Chat. Das musst du auflösen. Nächster Clip, ja. Wann, Wann. Ähm, Mr. Winix, los geht's. Thema dürft ihr selber entscheiden, Leute. 4-6 Cent zu 2 Sprichs, was weiß ich nicht. Und reinpacken. Ähm. Ja, hier ist das... Hier ist Gecko gerade. Ähm. Wir machen kein... Gecko wurde... Wir machen ein Skinkontos, Leute. Gecko wurde gefinisht. Er läuft weg. Baut sich hoch. Thema ist, wie gesagt, Leute, dürft ihr selber entscheiden. Ähm, 4-6 Cent zu 2 Sprichs, was hier mit einpacken. Genau, dann geht er zum Reboot-Val. Ist da wenigstens... Danke dir für den Abo-Kuss. Nee, Wings oder so. Dann hat er Ofeus gereboot. Ich sag gerne auch ein leichter, dass wir sowas haben. Wie viel leichten wir eigentlich gerade? Muss ich mal nachschauen. Was haben wir denn eigentlich? Unter dieser Brücke. 37, noch 3, jetzt sind wir bei 40. Kuss. So, hier, okay. Äh, auch wenn du mir 100 Euro gibst, mach ich das nicht. Und, äh, und dann... Guck mal, Gecko, ich versteh's nicht. Dieser Ninja-Spie-Skin. Mach mal... Mach mal Ausrufezeichen, was da... Mach das mal. Ja, Kim, das ist hier so. Warte, ich mach's selber. Guck, da kriegst du die Coins halt. Ihr schreibt das mal rein, Kies. Schreibt das doch mal rein. Dieser Comment, was da reinschreiben soll. Ich mach das auch selber. Was sagt der jetzt so die Coins aus? Wie gesagt, das Thema ist selber... Ja, könnt ihr selber entscheiden. Dann die 4 bis 6 Tense. 2 Sprays und 2 Sticker. Nicht vergessen, reinzupacken. Ninja. Was von dir? Was? Klappt bei mir nicht, aber egal. Mir reicht's auch. Zugefungen. Ey, das? Klappt. Geht nicht bei euch? Versucht das nochmal jetzt hier. Code knacks 890 client zusammenschreiben. Code geht nicht. Ich schicke sie aber nicht. Wieso geht mir das bei 34 Leuten dann aber? Das verstehe ich jetzt nicht, Digga. Geht nochmal raus aus dem Geh, also geht mal Spielmodus wechseln. Dann wieder auf Fortnite drauf. Das ist wahrscheinlich ganz... Das ganze Game. Das ganze Game. Ruhig, die ganze Zeit. Geht aber nicht. Starte, geht. Ready, please. Geht. Der unter der Brücke war, hat er... Hatte den auch einfach so abgeschossen, oder? Der Ninja, meinst du? Cryptox, was geht's? Ja. Der hatte nicht mal eine Waffe oder so. Hat er einfach... Hat er sich... Ja. Digga, die Dateien sind zu groß. Ich kann die nicht in den Discord reinchecken. Digga, sind es mich verarschen. Äh, was machen wir jetzt, Leute? Soll ich jetzt einen neuen Code versuchen reinzumachen, oder starten in einer Minute? Starten. Peter, warten wir noch die Minute jetzt. Er soll Top Coins machen, hier. Ja, genau. Ausruhezeichen. Top Coins. Ich schick's dir über Instagram, ja? Ja, kannst du machen. Weil Digga, das schiggert mich gerade. Ich hasse es, wenn so Streamsniper einfach durchkommt, Digga, so weißt du. Das ist kein Streamsniper mehr, sag ich dazu nicht. Nee, Digga, ja. Ich hab das Video editiert, weißt du. Das ist gar nicht ehrlich. Das bin ich mit dem Zweiter. Ausruhezeichen. So, kurz. Ja, hier, guck mal. Der steht nicht drin. Ja, logisch. Vierter Platz. Nightwood Keys. Nightwood, Digga. Von allen Coinszenen habe ich keine Ahnung. Weiß ich nicht. Code knacks 890. Okay, Leute, ich erkläre nochmal alle Regeln jetzt. Dann geht's los. Also, Thema selber entscheiden. Vier bis sechs Cent zu zweis bis zweis, weiß ich, gut einpacken. Dann, Leute, nicht vergessen, wenn ihr aus dem Bus rausspringt, direkt den Kleid eröffnen, Leute. Und, ähm, ja. Ich bin zweiter hier mal auch. Warte, oder? Du bist vielleicht die ganze Zeit im Stream, Digga, auf K, Digga. Ja, wie gesagt, nicht landen, Leute. Ganz, ganz wichtig. Wenn ihr aus dem Bus rausspringt, den Kleid eröffnen, Leute. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt los. Ja. Als ob ich bei Discord für Premium bezahlen muss, Digga, nur um den Clip reinzuschicken, Digga. Was sieht ich denn aus? Es ist so eine Scheiße, Digga. Schön Geld. Wie? Achso, das Geld? Ähm, man kann noch... Also, der hier... Nee, upgrade für Dateile mit von 100 Megabyte bei Discord Nitro. Discord Nitro. 100 Euro. Ja, was hat er geschrieben? Das ist dieser Jujo-Sträger. Vierlich cringe, der Typ. Heu, Modder, weil du magst, als du zum Standen. Keyes, schick mal bitte deinen Nummer-Code. Dann schick ich dir die über WhatsApp. Scheiße, Fortnite. Ja, komm mal dazu. Ich hab dich nie gestreamt. Nee, es geht doch nicht um Streams bei dir. Ach, Digga. Hahaha. Das ging um Rö-Nelsen und nicht um dich oder so. Wenn du dann an Gecko weiterleiten könntest, das wär wirklich nett. Scheibels, das machen wir, das wär ehregal. Gecko, können wir mal Mod bei mir ausprobieren. Du musst eigentlich, wenn du Mod haben wirst, so schon im Chat sein als Head-to-Mod. Das ist dann so verhalten, in dem Sinne. Ich werd nach der Runde mal versuchen, Johannes. Sonst tu das Game da neu starten oder so. Da kannst du im nächsten Runde safe mitmachen. Weil eigentlich ist das ja ein bisschen dumm, dass der Code da nicht funktioniert. Ja? Was? Ich wollt nur wissen, also, wie du dir da so sicher bist, dass der kein Stream-Sniper ist. So, ich mein, das ist deine Meinung, das respektier ich ja, aber halt nicht. Weil das unlogisch ist. Ja, klar, ich versteh's ja auch nicht so. Der ist ja in einem, aber so. Ich möchte jetzt diesen... Ja, ausspringlich leider aufhören. Ne, das ist... Ich will erst mal seine Seite hören, weißt du. Ich kann nicht direkt das abstempeln, das geht nicht. Es gibt zwei Seiten immer. Ne, ich sag doch auch nicht, dass er jetzt für immer rausgeschwisselt wird oder so, weil das eh nicht passiert. Aber für mich ist das ja noch kein Stream-Sniper, weißt du. Das ist halt der Unterschied. Meinst du das? Äh, Ninja... Das heißt, du musst, wie gesagt, das machen, was, äh, Kies macht, so. Kannst du jetzt nicht timeouten und so, aber halt die Fragen beantworten. Code reinschreiben. Wie ist das? Aktiv im Chat, haben wir gesagt. Mit den Leuten im Chat, äh, ja, reden und so, wenn die da... Fragen haben zum Beispiel. Zum Beispiel Discord-Link reinschicken und so. Das natürlich auch. Aber nicht rein spammt die Kies hier natürlich, dass wir da tausend machen. Digga, ich hab ihn noch zugeguckt, er war mit euch in einer Lunde. Da gerne mal join, Leute. Ich hab ihn die ganze Runde zugeguckt und hab fast jeden Kill, äh, hier gespeichert. Das stimmt, mach ich jetzt auch mal. Oh. Ich verschicke den Link. Also bei mir werden immer die letzten 5 Minuten... ...habe ich gemacht. Noch einen Likes immer 40, wir haben immer da 40 der Likes sein. Kuss. Du bist sogar einmal dran vorbeigelaufen. Er guckt sich so, ist irgendwo jemand. Bom, gibt er eben nur das 8-8-8-Shot, Digga. Ich starte das Spiel jetzt neu, klappt er dann. Ja, müsste eigentlich Star Wars folgen, was geht. Ja, Quooch, Jani, auch wieder am Start. Ey, lange nicht mehr gesehen, Digga. Ein aufs geht's noch gehabt zu... ...zu Jurassic Road. Das ist bei Pleasant Park, lass es bei Pleasant Park auf dem Foselwebplatz machen. Nein, das ist kein Problem, das ist normales Pleasant Park, jetzt. Jurassic World ist doch viel zu unübersichtlich. Ja, okay, ja, stimmt. Ich glaub, ich warte doch nie, deswegen. Das ist ganz normales Pleasant Park. Ja, lass Pleasant, Leute, lass Pleasant. Wir können halt diesen Skin Contest auf den Haustürkplatz machen. Wir müssen halt eine große Freifläche, zur Wunschmann. Und es gut sind ja so. Das ist auch leer, Leute. Ich hab's halt hier ganz viel geworfen, aber ich hab's ja nicht zusammen. Welches Haus, Digga, welches Haus? Hä, das sind schon welche gelandet hier. Wie so aussieht. Das sind einfach schon welche gelandet, Digga. Was mit denen schon gelandet? Ja, hier ist aber unlooted. Ich bin mal jetzt Gecko bei Gecko mit, Digga. Aber mit mir jetzt braun, Digga. Ich bin Blut aufs Pant, Digga. Erstmal schön Plattenfahr, Digga. Ach, wir machen's gut. Digga, das ist nichts, Alter. Ja. Was? Diese habe ich 900 Gold, Digga. Was sagst du denn eigentlich? Die hat mich schon getötet. Ich kann mal zu euch. Welches Haus nehmen wir denn jetzt hier? Wäre doch besser gewesen, um Schussig Gold zu machen. Eigentlich habe ich noch nichts gemacht, weil die anderen Waffen aufgehoben haben, deswegen habe ich sie gekillt. Ja, aber wer soll denn der das wissen? Ah, hier. Ich habe nichts. Ist das so dumm, doch hier zu landen. Aber sie haben keine Waffen aufgehoben. Und ich habe ihn sogar mit Splashern abgeworfen. Ich hatte nicht... Geh hoch, geh hoch. Ey. Wie die Jocken. Digga, es ist zu offensiv hier zu landen, Digga. Nein. Hätte doch 20 Gold nehmen sollen. Digga, schock wieder jemand, der sie einfach anstreift, Digga. Sorry, dass ich lange da war, schule und so. Alles gut, Digga. Eie. Digga, es ist solche Infanterie-Schläge. Ja, ja. Was ist denn das eigentlich für eine Drecks-Waffe, diese Drachen-Shotgun? Fucks, Gerne. Also ein Competitive, Digga, im Endgame, mit der Waffe. Du hast überhaupt gar nichts vorziehen. Ach so, Gecko, ich hab mir mal deine Grafik-Angriffen-Grafik-Angriffen-Angriffen. Ja. Auf komplett low-Settings mit 50% 3D-Fürzen. Komplett unkonstante 500 FPS. Minimum... Ah, Digga. Ey. Auf low-Settings. Ich tanzt ja noch, Alter. Also musst du sehen, Digga, aber hast du die schon bestellt, oder? Gecko. Nee, morgen. Meine Mutter kommt morgen erst. Und du willst dir die ganz sicher bestellen? Ja, die ist halt gut eigentlich, ne? Das ist halt... Die ist scheiße. Ja, besser als die Devil, auf jeden Fall. Nein, ist die nicht. Doch. Das ist viel schlechter als die Devil, nein. Ja, Digga. Ich bezahl... Guck mal. Die, die kostet ja so 500 noch was, ne? Die ich hab dann. Ja. Und, äh... Hab ich da eigentlich mit Code eingegeben? Nein, ich sag ja nicht... Es ist ja deine... Nicht bezahlt. So ein bisschen mehr, so in dem Sinne. Das ist nicht viel. Vielleicht... Ca. 100. Nein. 8, 9, 0. Code ist gleich Knacks. Äh... Warte mal, geht der Code, Leute? Knacks? 6, 7, 8, 9. Äh, 6, 7, 8. Geht der? Sonst ist es andersrum. So. Ich glaub, 7, 8, 9 war der Code. Ja. Wege los, ey. Ich weiß nicht, äh, was die Tari hier hat. Ne, was ich sagen wollte. So, ja. Also ich bezahl halt für die ca. 600, ne? Die Daredevil kostet ja auch ca. 500. Ja. Und laut meinen Videos, die ich angeschaut hatte, äh... Ist die 3... Ist die eigentlich besser so. Wenn ich das so mache, kann ich ja... Egal, wegen 100 Euro jetzt. Ich kann ja dann direkt... ...auf den lowesten Settings im Late Game. Unkonstante 100 FPS. Und du wolltest mit... Das ist die schlechteste Grafikkarte für Competitive. Und die beste Grafikkarte für 12-jährige Minecraft-Spieler. Ey, gewinnen, was geht. Minok, Oji, danke dir für ein Abo. Großes Dankeschön. Ey, ihr... Ja, die haben das doch verglichen, die Daredevil mit der... 20... äh, 20-70. Wenn ich doch mal den Crew holt, dann kommt man doch auch... ...automatisch gleich, ich vermisse halt die Extra-Strufe, oder? Die Macs... ...auf hier am Start. Weiß es nicht, muss... Ne, Gecko ist auch noch Level 1, also ne. Aber so, bei dir ist es ein... Du hast du vor, deinen PC aufzuschauen. Minok, Oji, was geht? Gecko, oder willst du dich erst mal... ...willst du erst mal deine Grafikkarte für eine Zeit lang behalten? Ja, okay, gut. Na, dann, dann ist sie... ...wenn ich gut sagen würde, würde ich lügen, also... ...die ist halt jetzt gut so, okay, aber... ...in halt zwei, drei Jahren müsstest du dir... ...justin, gut geht nicht. Aber wenn du vorst, dir eine neue zu holen, dann passt das, ja. So, der ist so, schreibt jetzt. Ja, wohnen. Die Bane, nicht. Ich muss mein Keyes kurz anrufen, um zu gucken, ob es die richtige Nummer ist. Safe hat mir immer den Code, das war eigentlich der Code, Digga, ich hab' nachgeschaut gerade. Hallo? Ach, was ist das? Was, du das jetzt nochmal? Digga, der geht einfach ran und sagt, du stinkst. Code knackst, 2 zu 3. Dann hab' ich jetzt eine Nummer, dann kann ich dir jetzt über... ...wennst du jeden Tag? Ja. Versucht selbst nochmal, Leute. Ich bin erst mal weg, hab' mich schon streamen oder ein Rückserion. Nee, was ich aber nicht verstehe, Digga. Die sagen, die Devil ist fast so gut wie die 2070, ne? Und, äh, die, die ich jetzt hab', ne? So, bei der 2080 Super irgendwie vorbeigehen, also so, so 2080 Ti so, ne? Rankommen. Deswegen verstehe ich nicht, warum die dann... ...so... Der Ti, die ist ja sogar besser. In dem Sinne... ...muss von PS5 aus Switch wechseln. Ne, ne, ne. Die, äh, 5700... ...AMD. Gecko laut Kies verpisse ich mich jetzt, also war's schön mit euch. Tschau, wie er folgt nach oben. Ja, ja, Kiminator. Verstehe ich, warum... Verstehe ich, warum, äh, Kies da jetzt hier so, ähm... ...Wirbel macht, um dich. Scheint so richtig wichtig zu sein für die Kies-Dinger. Hahaha. Es ist unterschiedlich. Voll gruselig. Darf ich lobby? Äh, ne, grad nicht. Was? Was? Was ist? Ich hab' gefragt, dass du mir schlau. Ich versteh' ich nicht. Du musst lauter reden, du hast die Zahnspange, Digga. Das höchst. Boah, weißt du das? Was? Hä? Was? Ich hab' gefragt, ob dir mich schwört. Ja, aber leise. Warte mal. Ja, ich war gerade... Du hast die Zahnspange, oder? Safe. Ja. Ja, wusste ich's. Hast du die neue? Ne, schon lange. Ben-Hatel ist kaputt gegangen, aber ich mich wie ein Weihrost da rauf gesetzt hab. Sehr, sehr nice. Ähm, Kappa. Wartet's, Leute. Ach du Scheiße, Digga, wie ist wieder so viel für aus? Äh. Kiss my Switch. Ja, gut. Ja. Das ist mit Mia Khalifa, Digga. Das hast du mit Mia Khalifa. Ich hab' dich geboostet. Du versuchst jetzt die... Opfer darzustellen. Digga, aber es juckt den dich... Also... Das Zuschauer dich halt so juckt, ne? Das ist halt wieder... Lächerlich, in dem Sinne. 2,2,3, ist der Code. Bro, sag so, yo, ich bin seit da und da dabei. Seitdem war der Stress in Chat, Digga. Sehr nice. Und die Tasche ist jetzt nicht da. Ich hab' so viele Aufgaben. Alle 15.000. Und eine 55.000. Radu, äh, nach der Runde ist... Kannst du, glaub ich... Ich wär' schauen, wenn ich einlade nach der Runde. Dann geht's nämlich los. Versuchen müssen um drei Leute... Äh, zwei Leute raus. Schau'n raus. Ich hab' nicht da. Ich hab' nicht da. Für mich war das kein Hauptsinn im Kies. Es war einfach nur Zeitverschwendung. Von mir aus gesehen. Für dich selber ist das halt einfach... Ich bin auch mal gefühlt 1000 Jahren wieder da. Bro, du triffst. Das stimmt, Digga. Mordmeister. Danke, ich hab' ja gesehen, ne? So, Code. Knacks. 2,2,3. Wir starten jetzt, Leute, würde ich sagen. In 30 Sekunden. Nein! 2,4, 4... Ach, Digga. Scheiße. Äh... Gekko? Hast du eine Freundin? Nein. Nein. 2,1,2,3. Hast du eine Fütze, die in jedem Bruder hat er mal, ne? Gehabt. So Leute, und damit würde ich sagen... Ach so. Was wollte ich eigentlich nochmal schreiben? Musstest du nicht alles bekommen, Gekko? Also... Nein, alles. Musstest du nicht alles bekommen? Also... Bei deinem Discord zu überall rein kannst, kannst du das machen? Weiß ich nicht. Ich bin erst... Ja, wenn ich beim PC hab, Digga, mach ich das jetzt. Clips. Okay, Leute, ich hab das kurz hier eingestellt. Wenn ich im PC später bin, oder einfach nur PC und dann auf dem Bruder? Oh, hast du auch grad meinen Namen gesagt, was das ist? Okay, Leute, wir starten jetzt, Leute. Wie gesagt, nicht landen, Leute. Wenn der aus dem Bus raus springt, der Kleider öffnen. Let's go, na hasse, wir gehen rein. Und... Ja. Ich weiß schon, wie ich mich später nenne. Ich überleg grad sogar einfach, die Clips ungelistet einfach hochzuladen für ein paar Stunden, dass du dir die anschauen kannst. Weil ich kann sie nicht über WhatsApp verschicken. Ich kann sie auch nicht über Discord verschicken. Ich kann sie auch nicht über Instagram verschicken. Ich kann sie auf keine andere Weise verschicken. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Probier es Snipshit. Nö, nö, ist ja okay. Code knackst du halt da drüber. Gekko glaubt mir eh nicht. Die Clips sind Fake, die Clips sind Greenscreen. Los geht's. Alter, die Season ist so kompliziert mit dem Wettepass, man. Warum? Wieso? Na, Gekko hat sich hier nicht Fortnite-Crew geholt. Bekommt keine 25 Extrastufen. Kommt man ja auch nicht. Nein, warum nicht? Meinungszimmer und Season. Alles nice außer die Waffen, Digga. Man sagt das jetzt nicht. Handgarn Schmutz drin ist. Die Drachenpump, wer will, die spielen. Kompetitive ist schmutz, Digga. Wenn du deinem Endgame bist und der Waffenschieß brennt, der ist alles ab, Digga. Du kannst dich mal tödeln oder irgendwas. Da ist es halt so. Klar, du kannst ja unten schießen, dann aber hochgehen. Metall bauen. Das würde gehen, aber es dauert zu lange, Digga. Kannst doch diese Clube auch mal mitnehmen. Digga, Gekko, ich schwöre, wenn mich dieser eine Dude von vorhin noch mal killt, der mich auch gekillt hat, Digga. Ich schwöre, ich werde je, Digga, ich werde, Digga, ich werde Esko dafür beaufsagen, dass er ihn jeden Tag die Goss, Digga. Ja, dieser ist aber nicht legal an dieser Stelle. Ja, ich mach's ja nicht. Und wieder hat kein Aim Assist? Digga, Esko ist so ein gut, Digga, der sagt dann einfach, sein Finger ist ausgerutscht und dem wird es geglaubt, Digga. Der sieht nicht so aus, als würde der sowas machen. Ach, Digga, meine Elders sind so ankriegend, Digga, wegen meinen Low FPS gerade. Aber ne, das ist ja... Eko Level 1, ja. Kann ich leveln, Digga. ...zuschauer, ein richtig guter Beschützer, Digga, der einfach auf mich killt und noch 10 andere Leute. Eins, zwei, drei, vier... So, hier rausspringen, klar dürfen, würde ich sagen. Ey, Ofeus hast du... Ich landen, nicht landen. Nee, nicht schlecht. Na, Replays, also halt, dass du Replays anschauen kannst. Ja. Kannst du das mal für mich machen? Ja, was hat hier alles geschehen? Vielleicht hab ich auch irgendwann falsch verstanden. Digga, warum kannst du noch Chat leveln? Wie, dass du dir mal ankommen, und gucken kannst, dass du die Seite... Wie, nach Chat leveln? Warum, man kannst du nicht leveln? Ich leveln. Wer, wer, wer schon... Nein, ich hab nicht... Also, in Carsten Games kann man sowieso nicht leveln. Es ist erst... Es kam ja erst Public. Ich hab das eine Runde, es gespielt. Ich hab das eine Runde, es gespielt. Es ging, konntest du ja auch nie. Digga, ich hab heute mein Spiel inzwischen Zeugnis bekommen, Digga. Ich hab einfach fucking... Zwölf Notenpunkte in Chemie, oder so, Digga. Ich hab in Chemie... Nee, ich hab... Ich war seit drei Wochen nicht mehr beim Chemie- und Physikunterricht, weil ich immer den schwänze. Ich hab mal den Musikunterricht. Ich hab den Musikunterricht. Bei der Musik... ... hab ich noch Aufgaben von... ... vor, ich glaub, 60 Tagen oder so, die ich noch nicht abgegeben hab. Die vergessen es, und dann... Hm, Villa, Villa, Leute, wo's geht. Ich kenn den Lehrer noch nicht mehr. Ich bin neu auf der Schule. Hab den Lehrer noch keinmal getroffen. Der macht die Ausgabe in irgendeinem Lehrerraum online, Digga. Wo ich zu faul bin, mich einzuloggen, Digga. Und der sagt einfach so... Nö, du hast jetzt mal nur einen Punkt, du kriegst einen Sex. Eine fucking Deutschlehrerin, die zu mir gesagt hat, ja, du bist ja erst so kurz hier, bliblablub, die Klassenarbeit wird bei dir nicht benotet. Paar Wochen später... Ja, Ben, du hast leider eine 6 in der Klassenarbeit, aber du würdest bestimmt mehr schaffen, wenn du dich mal anstrengen würdest. Digga, ich war eine Woche auf der Schule, das waren... Ja, das... Was hatten die gesagt, wo du gesagt hast, Joda, sie haben aber gesagt, hier, das wird nicht bewertet bei mir. Ja, dann hab ich gesagt, sie haben gesagt, das wurde nicht bewertet. Also, das haben wir über die Mail geklärt. Und dann, wo kann ich mich an, hab ich auch gemacht. Digga, dann hab ich gesagt, aber die ganze Klasse weiß das, weil sie es vor der Klasse gesagt haben. Und es geplant war, dass ich dafür einen Vorteil mache. Über das bestimmte Thema... Nö, wir haben uns schon mal einen Pass-Forschau-Stand-Namen, Digga. Ja, wenn die aber... Wenn aber... Alle sagen, jo, sie haben das so gesagt, was würden die dann machen. Ich will halt das bloß nicht eingestehen, dass sie das halt falsch gesagt hat, ne? Ja, Digga, aber... Die sehen die ganze Zeit so aus, ich hoffe... Das ist halt die Ehre des Lehrers. Von, von Herz sogar. Ich hoffe, dass die Corona hat... Junge, der heißt Geto Lechi. Und ich hoffe, dass die gerade am Verrecken ist, Digga. Und Slimeboy. Ich hab einen getötet, ich hab Lechi getötet. Was? Lechi? Ja. Klippen, Leute, Klippen. Jo. Oh nein! Diese Dreckspotzen. Au! Ja, hier, der schwarze Skin. Schwarze Skin. Ach Digga, wo seid ihr hier schon wieder? Ja, das ist nicht. Ja, das ist nicht. Danke nein! Du bist! Danke nein! Leitere свои Dreckspots! Bo namhausen, Kismonicron. Nice. Mace, Ginny, du bist ein richtiger, richtiger, richtiger Halt. Eko ich dachte, ich darf antworten. Darfst antworten. Musst halt schneller sein als ich! Oh die Karten, Digga. Die Mucke ist aber geil Au, da rechts, genau das Kin Den kannst du die dort nennen Den Real Hyper, den kannst du die dort nennen So, das sag ich so dazu Wenn ich bei Gekko mit mache, Digga Jedes Mal habe ich danach keinen Bock Youtube zu machen Weil ich mir dann denke, ich habe irgendwann auch so eine Bass-Gitarren-Community wie er, Digga Wahrscheinlich ist das meine Community, ja man Da ist euch Zuschauer einfach, Digga Es regt so auf, die haben einfach kein fucking Leben Das hat jeder Youtuber, hat das Der streamt Standard Skill Jeder Trimax Weil er weiß, dass er gebannt wird Denkst du weißt, deinen Streams damals, Digga Weil er noch, äh Ohne delay gestreamt hat Ohne delay gestreamt, Digga Bei Zilted waren soviel Deutsche dann noch gelandet, Digga Weiß ich noch Und ich war noch in demseiner Runde sogar drin Ich hab ne Ergoman-Community Weil ich kenne meine ganzen 20 Abos Was jetzt, Digga Ich würde schlecht Wenn mich irgendein Dude abonniert, den ich nicht kenne Nee, verpiss dich Digga Ich brauch dein Abo nicht Du bist safe heute alles Code knackst 2-3-4 Achso, ne neue Lobby hab ich gesagt Stimmt, ja Drei Runden, wir haben keine Digga, wir haben in drei Runden nicht mal angefangen Das zu machen Ja, das war's Ja, das war's Heute ist schlimm Wunsch, ich schwimme Ja, Digga Achso, ne Scheiße Hier Wer wollte es noch rein? Kurz gucken, Digga Foxy Galaxy Ja, der So Muss ich raus Erinnerungen hast du noch Du kannst doch mal diesen Dude einladen, der so ein guter Beschützer ist Dann will ich mal hören was Der ist off, der ist off, der muss off Ja, der muss so off, Digga Sag, man ist doch schon längst zu Ende, Digga Hintergarm Das sind jetzt alle offline, Digga Was ist denn das mit der Scheiße? Okan Ist auch offline Tobi Warte mal, Tobi Ja Du musst mir eine Nachricht senden, Digga, Tobi Nachricht Okay, die haben Jesus festgenommen, Jungs Ich dachte, der ist im Knast Nein, nein Der war auf Weltreise, der wurde jetzt festgenommen Hä? Nikon aus da rein, ciao Ich guck mir doch grad das Video an, Digga Ich glaub, äh, irgendwie, ähm Irgendwas im spanischen Bereich oder so Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher Auf jeden Fall, ähm Ich glaub, Mexiko ist es Ziemlich sicher sogar Internationale Achso viel Libanon ist das Ach, Tobi, Digga Was denn jetzt? Nur drinbleiben oder nicht? Ledo Ja, Ledo, komm du rein Das reicht, der will ich leider dir Ey Juli, was geht? Ja, das passiert nur noch zur Hälfte, nachdem da die Bombe reingekommen ist Hat er quasi nicht was geht Hallo? Was macht denn der in Mexiko, Digga? Ne, Digga, der ist wirklich abgehauen, Digga Ich denk's ernsthaft Der geht einfach so ins Gefängnis davor Hallo? Der ist das schöne Verlängerung hier Aber im Mexiko im Knast, so scheiße Ne, der kommt nicht in Mexiko Dafür hat er viel zu viel Geld Und viel zu viel Feinde Ja, hallo? Du musst nicht so rumschreien Was geht, Ledo? Bereit machen Ey Gekko, hörst du mich? Keine so auf Prison Break machen, Digga Bei Mexiko dort Er hat die Staffel gesehen Wenn du irgendwann mal ins Gefängnis kommst Ich sag einfach Ja, fang was mit der Fang was mit der Gefängnisärztin an Stechen paar Leute ab Naja Ja, aber die Ede Staffel ist da Ist da in Mexiko dort Nein, die sind ja dort Hast du nicht bloß im Weg geschaut? Ne, weißt du Wir haben darüber schon so oft Ja, aber die sind da in Mexiko Weil ein Stock Ich kenn die auch, Digga Ich kenn die fucking Serien nicht auswendig Das ist schon ein Jahr her oder so Wie ich hier geschaut hab Und wenn er nach Mexiko geht Dann fliegt er nach Spanien, Acre, Brasilien Jaja Wie alt bist du? 16 Vier Brasilien Ja Wusstet ihr schon, dass Brasilien in Madrid ist? Ibra Halewik Ich möchte ein 1 vs 1 haben gegen dich Bitte Ne Ich will auch nicht ein 1 gegen 1 haben Und wenn es der echte Ibrahimović wäre Dann vielleicht Ja 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 Oh Hau nicht von diesem Bus Ja Eeeh Foby, was ist denn jetzt Deine Mission eigentlich? Letzten 3 für uns Du schreibst CodeKnack122, du warst dir beigetreten, bist wieder aus der Lobby rausgegangen, also verstehe ich nicht, was da Mission war. Weißt du, wie mich das triggert? Ich würde gerade so gerne meinen Bildschirm einschlagen. Hast du schon Game of Thrones geschaut? Was? Ich bin so eine Kacke für dich. Ich hab dir gesagt, ich bin nicht so der Fan von so einem Fan. Das ist richtig geil, Game of Thrones. Ich hab mir Sky geholt, weil ich nichts mehr hatte auf Netflix. Watchits, die wollte ich mir auch anschauen, die Staffel. Nein, nein, das ist keine Staffel, das ist die App, mit der ich immer alles gucke. Achso, jemann. Nee, es gab nicht mehr die Watchmen, die Watchmen verstanden. Oh, Digga, morgen wird wieder... Ich wollte mir Westvoll zu anschauen, Digga, die dritte Staffel ist gar nicht mehr da, Digga, was kommt das? Dann hab ich gesagt, ne, Digga, scheiß drauf, Game of Thrones. Geh mal rein, ja. In zwei Stunden ist meine Karantäne endlich vorbei. Und du bleibst trotzdem nur zuhause und spielst Fortnite. Nice, Spaß. Nee, Digga. Wollte eigentlich so wissen, aber weißt du, ich finde nicht so, als wärst du 15. Digga, warum glaubst du mir nicht, dass der Streams kommt? Nee, weil der ist schon lange aktiv, dann macht er Mordarbeit, dann macht er hier dies, beschützt, gibt mir Waffen, goldene Sache, hat nie irgendeine Scheiße gebaut. Das wär unlogisch, weißt du? Digga rein. Warum glaubst du mir denn nicht, Digga? Ich hab's doch mit... Ich hab die Clips doch. Ich kann sie du und ich dir nur noch nicht schicken. Das heißt, ich glaub dir nicht, aber ich... Wenn er das... Er hätte trotzdem... Wenn er gekillt hat, so... Ja, dann ist es halt passiert so, aber... Er dachte, er ist ein Streamsniper, die er geholt hat. Nein! Und ich war ein Streamsniper, weil ich ihn mit Flasher abgeworfen hab. Ja, er war unter Druck, Digga. Kann ja immer passieren. Soll ich mach's, was geht. Er hat vor meinen Augen drei Leute gekillt. Ja, du hast... Aber du... Das hat... Wenn das... Wenn das geschrieben seid war, dann das erste Mal... Ne... Wenn das... Digga... Ja, aber es war ein Akkumskäse oder sowas... Ich dachte, Gekko... 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 Ist doch jetzt... Das ist Energie... Das ist Verschwendung, so... Also... Muss jetzt wieder nicht... Äh... Ich glaub, bei mir ist es ein Streamsniper. Ist ja nicht so... Naja... Das wäre der Insel gewesen, in dem Sinne. Ja, das hier... Das hier ist Streamsniping. Das ist auch ein Streamsniper. Gekko... Ne, das sind alles Streamsniper, Digga. Das sind alles Bots, die ich... Gekko... Gekko, wie findest du das so Chief Starter-Insel wieder da? Das finde ich nice, muss ich sagen. Und äh... Ich darf sie... Sie sagen, aber es ist mein Problem. Komische Loot, äh... Gehängt, Digga. Gekko... Gekko... Lass einfach jetzt die Diskussion im Chat, weil es geht ja wirklich nicht. Ich hab... Dann in der Zeit durch seinen Account... Dann in der Zeit durch seinen Account... Ich hab... Den Stress anfängst, Digga. Nicht modwürdig. Soll ich ja auch Schwingkleider öffnen. Gekko... Ich hab dir so einen Boost-Best-Ding-Gerähen, der ist nicht ein subscriber. Ja, bin ich gleicher Meinung. Äh... Weil ähm... Ist so... Der hat die Null unter Kontrolle, Digga. Ja, aber... Was? Null! Null, Digga. Es ist so lächerlich. Es sind einfach so elfjährige Kinder, Digga. Es ist so lächerlich. Ne, 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 ne. Dies und das und ne Ananas, Digga. Ananas sind Arschloch, Digga. Ja, ist so, es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich, es macht Null Sinn. Es macht Null Sinn, Digga. Das macht nichts Sinn. 5 Sekunden noch. Wo bin ich hier weg? Nein! Ach Digger Kies, du bist da. Boah, ich will jetzt weg. Einfach nicht reagieren. Komm schlafen. Ne, hab ich in meiner Sicht zwar wo es gesagt. Oh nein. Oha. Was geht da denn ab, Digger? Da landen ja... Ja, weil Gekko da montiert haben, landen da voll viele. Digger, da landen. Das ist sowas. Oh, das war mein Vater. Okay, lass. Ist die los. Das ist doch Alam, ist viel besser an der Zone. Ich hab mich so verschlupft. Na, Digger. Da kommen auch die Leute von da viel schneller hin, Digger. Weil da sind totviele gelandet. Komm, wir lachen. Na, los. Warum machen wir nicht im Kolosseum mal? Digger, da haben wir ein ganzes Kolosseum. Ja, weil da ist ja dieses Süßensand. Da kannst du halt... Egal, wir bauen groß. Egal. Egal. Ja, Kies, Digger. Aber es juckt doch keinen über die Denkst, Digger. Gekko, ich bin... Deswegen musst du es dann hier rumschreiben. Deswegen... Weiß ich nicht, wie das da... ...seine Mission ist. Es kann ja nicht sein, dass... ...der mit dem Stress anfängt, gefühlt so. Und nimmst du ne... Oder du, den. Wie gesagt. Die haben hier gechillt. Ich bin dead. Oh, shit, Digger. So Leute, komm, jetzt, komm, jetzt. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Oh, ja. Oh, Jungs. Reicht langsam. Sieht mich doch jetzt Null. Sorry. So. Meadowlrien. Ah, Digger. Ah, noch ein Meadowlrien, Digger. Hier gibt's eine Jungen. Mann, Digger, ich fand sie sehr gut. Wieso, Töte der mich? Pass auf, Jann. Ich kann ja nix. Wie gesagt, will niemanden bleiben, aber... Wenn ich nix. Ich bin... Gar nix. Es pissen mich an. Nen, nennen, nennen. Hier kommt ein Auto. Ey, 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 der liegt. Spiel den dann. Das... Oh, oh, oh. Der... Der... Der Gull, super. Was ist das denn hier? Ich hab Angst vor dem, Digger. der fasst meine karte allerdings noch sein ledo auch noch seine karte haben noch die bots eigentlich genau dieses movement das movement haben und lass mich fragen ich muss ja trieben digga weil meine runden zu ende sind und weil keiner fahrt eine runde schafft und es gibt Kontext zu fahren digga weil jeder Runde digga geht ich bin ja seit vier runden dabei digga und wir haben es keine einzige mal geschafft um verfest zu starten das ist schon ehrenlos ich bin auch immer der letzte daneben digga es ist so scheiße so neuer kann reinkommen muss ich lieben geko ja der nächste kann jetzt reinkommen der arme der arme oh mann alter so ne scheiße digga ich werde meinen nächsten jetzt hier einladen ich weiß nicht soll ich einen einladen doch schon ein bisschen wie warte noch kurz wer will jetzt noch reinkommen das ist sogar der typ hier ibra lewitsch digga das ist ein trecksname digga die rat nein nein du musst drin bleiben drin bleiben oder weil die runden zu ende waren von ihm ok laden ein wenn die keine nachricht senden ja moin der hat einfach keinen namen bei mir hat es einfach nicht in die feld die hat der arme nein laden ich habe ja schon jemand eingeladen ok der kopieren ninja die sind nur sechs und zwei steuern im stream leute gerade eben das ist nichts eigentliches süße Ja? Au, was ist das denn? Was ist bei dir los, Digga? Flötenunterricht, sowas? Los gehts, Leute. Ne, mich trägt das ein bisschen auf, Digga. Das kann man ein bisschen übertreiben. Man war's und ist ja nur gut, da musst du ja nicht dauernd hier von... ...gekillt, er hat mich gekillt. So, deswegen ist es halt so, als wenn er selber nicht schon mal gestreamt dann hätte, ne? Deswegen ist es halt wie eine Doppelmoral, aber... Deswegen habe ich das halt nicht ernst genommen, so ein bisschen oder so. Der ist halt... So, ja. Ja, ich hätte mal eine Frage an dich. Das ist ja nicht, als wenn die... Aber was muss man machen, muss man aktiv sein, muss man... ...weiß eben nicht, was kann man machen, muss man machen, muss man das machen. Machst du Custom-Games? Nein, keine Custom-Games. Keine Custom-Games? Also, alle ging alle meintab-safe? Eigentlich nicht, Digga. Kann's aber grad so hinnehmen. So, knackst 4, 5, 6... Boah, ich schau nicht, älte. Schau nicht, älte. Ich schau nicht, älte. Ich schau nicht, älte. Achso, warte mal. Ich will nur einfach schauen. Ah, danke für 51 Likes. Sind wir eigentlich jetzt schon bei den... ...11,8 K? Ja, ne? Müssen wir jetzt eigentlich. Sonst mal schauen. Ne, sind wir nicht. Kritisch, Digga. Kritisch, kritisch. Warte. Das geht ja nicht wahr. Es fehlt immer noch 4... Es fehlen noch 23, Digga. 23. Vielleicht schaffen wir das heute noch, Digga. Ja, was? Look at my aura. Danke dir. Kuss für den Abo-Kuss. So, okay, Lode. Damit würde ich sagen, gehen wir rein. Äh, wie gesagt, Lode. Thema dürft ihr selber entscheiden, Lode. 4 bis 6 Cent zu 2 Sprays. Was Sieg am Einparken, Lode. Nicht vergessen. Äh, nicht landen, Lode. Wenn ihr aus dem Bus raus springt, Deckelkleider öffnen. Und ja. Mehr ist es nicht. Ich finde dich nicht. Ich finde dich nicht. Kurz. Muss ich mal lauter machen. Ich hoffe nichts. Ich finde dich nicht auf Social Blade. Was will ich denn da machen, Digga? Keine Ahnung, wie auf Social Blade. Das aktivieren muss ich nicht. Geh wegen rein. 3. 2. Có viel. Bei mir steht einfach da. Ja? Bei deinen Analysen, was gerade live ist, Sie besogen haben. Nääää, das ist sowas Neues. Du hast 118.0 Leute das zugebracht. Was? Was Aue? Ich sehe grad diese Linie da, Ja, ich musste halt, konnte er nicht streamen, Digga, zwei Monate, äh, Internetabbruch halt. Ich war ja, ich war ja, äh, vier Monate lang nicht aktiv auf YouTube, deswegen. Okay, das kannst du auch nicht, die wir sind rein, Digga, weißt du nicht wahr. Wann denn? So, ja, da hab ich eigentlich durchgestreamt. Ja, fünf Sekunden, Digga, Mitchell, ist halt, äh, deswegen, automatisch, also ist von Placid automatisch und ich hab da selber nix getun. Uh, was geht? So, Leute, wie gesagt, nicht landen, Leute. Oh, ja. Da rausspringen und klar dürfen, Leute, nicht landen. Ja, eigentlich, hier könnt ihr rausspringen. Nein, ich sag ja, die sollen da aus dem Bus rausspringen und nicht landen, Leute. Hallo? Hallo? Hier. Welchen? Ach, der, ne. Digga, der ist nervig, Digga, ich hab den schon tausend, ich hab den dreimal gehabt, den Kleider so, ne, ausgerüstet. Ich hab mich schon nach zwei Mal genervt. Ich weiß aber, bei mir wird ein Problem angezeigt, da steht, sie haben kein Konto, dann will ich mir ein neues machen, aber dann steht, so, Fehler. weiß ich nicht schon wieso ist da ist der sand auch drin jane dann würde sie sagen ich habe ich dich rein freuen bedanken und ich schreibe nicht nein ich werde bedanken und support halt im turnier kommt ja auch noch ja klar ist ja schon passiert ja ja klar nein wegen dem treibstand die gewissen das machen wir klar dass du kaum noch metz tut und sich mal so eine plattform bauen erholt erholt So Leute, hier, wie gesagt. Ach, Digga, stimmt. Das Auto. Wie fahre ich jetzt raus hier nicht? Das ist schon so. Danke. So, geht mal weg hier von dem Auto, Leute. Reinkie. Bei mir ist einer, bei mir ist einer. Wir sind so viel selber. Digga, das ist doch lächerlich. Geil, dass ihr da... Wieso kommt ihr nicht zu uns? Ja, ich sag's mir, sollt ihr kommen. Ja klar sollt ihr kommen, ihr seid die Beschützer. Hä? Ich komm grad. Wir streamen, Salz. Ey, mach doch noch nicht weiter. Ey, es ist doch lächerlich, es ist doch... Wer brauche ich das? Das brauche ich dich gar nicht einladen, wenn ihr nicht zu mir kommt, also... Voll schnell die Karten. Ach so, Killer, wo wir am Start was geht. Habt ihr mich auch noch zu holen? Nee, ne? Doch, schaffst du. Also, Mira und mich, aber... Toxic glaube ich nicht. Warte mal, der Mandalorian skin, glaube ich. Ja, genau den. Genau den töten. Du brauchst nicht, ne? Das... Ja, mach Cruiser! Ich schaffst du auf PS5, nein. Das ist ein PS4-Controller. Eieieiei, guckt hier an, Diggel. Die sind ja so... Also... No thrownd gegen die, aber die sind anders scheiter, ja. Guck mal... Guck mal, jetzt werden die sogar geholt mit der Apune, Digga, also schlechter geht es halt auch eigentlich nicht. Na, schade. Ey, das ist die Kontrolle. Ich glaube es. Kann nicht Blüte sein, Masterkiller. Ja, kannst du eigentlich. Muss ich raus? Naja. Muss ich raus? Nein, keiner. Es ist wahrscheinlich nur eine Round. Na ja, guck, gönne ich dir mal heute für den Donnerstag ein Gewinngefühl. Wenn sie es nötig haben. Ich werde ab morgen streamen, ja? Ab morgen, ja? Und eigentlich ist voll schlau, dass ich Freitag streamen, oder? Ja, fahr das ist gut. Es ist halt mehr Leute am Start. Egal, ich wollte eigentlich jetzt immer was probieren, dass du eine Stunde bestätigen kannst. Herr Kobi, weißt du heute nicht, wenn man auf dem PC auf YouTube streamen kann? OBS, äh, schaut die Tutorial an. Das kann man jetzt nicht so, das kann man nicht erklären. So, Code ist Leute knacks 890. Null. Egal, weißt du, ob ich in meiner Schule nicht verstehe? Was? Ich war in Quarantäne bis heute und ich muss trotzdem morgen in die Schule. In die Schule. Für einen Tag jetzt. Wow, wow. Das ist alles, viel ist unlogisch. So, das ist viel ist unlogisch. So, das ist viel ist unlogisch. Einen Tag in die Schule lohnt sich ja jetzt gar nicht. Ich hab das, wenn man einmal drauf ist. Ich würde einfach krank machen morgen, fertig. An deiner Stelle. Ich würde es erklären, aber ich kann nicht. Ich würde sagen, jo, ich habe Kopfschmerzen oder sowas. Das ist möglich. Ich bin diese Woche gar nicht in der Schule. Ich weiß, was ich habe. Ach so, gut, dann hast du Pech gehabt. Leider. Ich frage mich halt immer noch, was ist E-Test? E-Tigarette oder was? Was? Der hat irgendwas angeschrieben. Wir haben so eine Messung für euch, doch da ist so ein Immunus-Mobile. Keine Ahnung. E-Test? 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 Ich hoffe, ich habe gestern nicht gespielt, heute auch nicht. auch jetzt hier und stream hat meine frage fragt wozu ist der chat da ja warum ja aber guck mal so und ich finde halt nur die waffen ja keiner mag das 90 prozent die spaß ist halt an das liebe dinge das kann man halt diese wüste legt mich an allermeisten julia danke dir für den abo großes dankeschön gerne auch den stream teilen ja es gibt nahe vorteile so ne es ist halt mich nervt aber meist dass die waffen halt raus die tragen ja in der maus wieso ist das immer so schreie digga hallo das kann ich so einstieg starten solle würde ab 25 starten das heißt ich war noch mal 30 sekunden dann starten wir wirklich selbst das thema dürfte selber entscheiden wie sie wir fahren werden du hund wir gehen rein los geht's ja noch gerettet er so und links sehen können ab fünf minuten es war eigentlich hier ausspringen gekleidet bloß das ist scheiße aussehen in den nosken hänzer grüßen hinaus herring blinder Ey, hier ist Käpt'n Glauben, dass er bei dir auf dem Runde ist. Boah, ich wär müde jetzt, ne? Shit. Ey, ist es für mich auch das Gleiche? Hm? Keine Schleche zeigen. Hm? Keine Schleche zeigen. Hm, hm. Hast du recht, Digga. Ich hab das Gleiche immer. Während der Woche habt ihr wichtig... Also Mandalorian-Skins, bitte töten, Leute. Man braucht einen, ja? Ich hab's gar nicht... Ich bin auf die achten, Digga. Ich bin gar nicht im Spiel, die ganze Zeit. Ich bin eigentlich nur im Chat. Den guck ich hier mal... ...Runden. Also wenn ich zocke halt, oder jetzt hier bewerte, bin ich ja so. So, wenn ich im Chat bin, bin ich immer so. Woll ich ihm der Gold AK holen? Nein. Nein, du landest da, wo ich lande. Also ich hier raus bringe Kleider öffnen. Ey, Deco. Ich landen. Mal schauen. Mal schauen. Äh, verdient man Geld, wenn man streamt und niemand spendet? Ja. Ja. Ja, wegen... ich hab doch Monetarisierung an, oder nicht? Keine Ahnung. Also... Also... Und das ist Dezember halt, ne? Doch. Das ist halt... Da hab ich hier 6 ACBM, oder so. Das heißt, auf... 1000 Klicks hab ich ungefähr 6 Euro. Oha. Das ist... Das ist... Viel, Digger. Das ist viel. Deco, es ist bei Saucyblade Stand, als ich jetzt auch die 5. angefangen hab. Wann angefangen? Wann angefangen? Nein, das... Da hab ich den Kanal... Hat meine Mutter den Kanal gemacht, die... Also... Mein Handy. Ist da nix hochgeladen, oder so. Hau rein. Ninja Ninja. Schöne Nacht. Schöne Nacht. So. Kau rein. Hey, ne, weil... Ne, weil... Irgendwann Dort ist direkt der Boss. Der Geilte zusammen. Da hat noch mal einen Boss. Na, aber stock. Weil ich dauereißen-Boss... Kannst du dich einladen, bitte, Julia? Wir haben gerade neue Lobbyers gemacht. Wiss ich noch nicht, weiß ich Fazian. Kaffee... Wir müssen noch... Wir müssen noch 3 von uns machen, ey Spaß. 2 eigentlich. Na ja, aber gut. Müde. Müdigkeit. Danke dafür. Ja, soll ich wachen, Dinge? Keine Energy. Keine andere Bull, nichts. Ja, wie denn? Ich würde auf dem Dorf, Dinge. Dann muss ich hochgehen, das dauert 10 Minuten, Dinge. Wenn ich mehr einmache. Lohnt nicht. Lohnt nicht. Lohnt nicht. Ich hätte sogar Hunger, aber ich hole dir eine Knole. Daria ist Ben, ja, das weiß ich. Das war's. Das war's. Das war's. Der ist... Ich bin doch... hä? Die waren böse, Dinge. Die drei waren böse. Wir machen jetzt lieber ab. Also, ich verstehe die Logik. Naja, gut, anscheinend machen wir jetzt logisch. Ich bin doch ein paar Pistole. Ich fahr gern drauf. Schlecht willkommen, Leute. Ich bin doch noch auf dem Knole. Mecca kommt, Leute, kommt. Ja, komm, Leute. Ich bin doch noch auf dem Knole. Ich bin doch noch auf dem Knole. Ich bin doch noch auf dem Knole. So, hier, Leute, hier. So, hier, das auch abbauen? Ich gehe schon mal hier hoch, Digger. So. So. Boah, ich fände so gut aus, Mann. So, das war ein GTA-System. Geht ja, go. Geht ja, 6. Haha, da ist jeder Stream, Digger, anders draußen. Nächstes Jahr. Oder übernächstes Jahr. So. Geh los, Digger. Ja. Schützer? Ja, guck mal, was du fangst. Nee, nee. Vertrauen will ich dir nicht. Ich will auch nicht. Ja, Juu. Okay, los, Leute, bitte tanzen. Lass dich bitte kurz essen. Ja. 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 Da kommt einer, die ohnehin. Hm. Ja. Schieß dabei nicht zurück. Ey. 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 war denn das mit den granaten geht weiter los weiter er ist weiter gewesen er muss noch tanzen ja stimmt der muss noch tanzen müssen scheiden ja was ist denn das hier irgendwo hinten war es einer ja der ja da war das was was ist ich brusche Seine Mates kommt! Seine Mates kommt! Seine Mates kommt! Das sind nicht die Mates. Die sind gar nicht hier. Die sind gar nicht hier, Digga. Die Mates. Die Zone! Die Zone! Ey, warte! Bist du das Beam-Tacker vom Vor-In? Hallo, hallo, gut. Bist du das Team-Zeit auf den Fall? Okay, dafür. Naja, war das der Galaxy Skin. Okay, los geht's! Weiter geht's, eher gesagt. Ist ohne Batting. G. Der war doch schon weiter hier, der da auch. Der muss jetzt tanzen, Digga. Ja. Ja. Ghoul Trooper nochmal. Der ist Z, das Z. Z-Z, Z-Z, Z-Z. Z-Z, Z-Z. Z-Z, Z-Z, Z-Z. Z-Z ist Z-Z. Z-Z ist Z-Z. Das war Mandalorian Skin. Das gesehen. Schüttet. Krämer Fans. Naja, los schnell fast. Wollen wir mich jetzt töten? formerly just hiten. wache ich jetzt küsst, please? Ja, klar. kann ich dich ausspielen. Ja klar? 機HAIL Z-ZGERMUND Ich kann den nicht weg spielen. Z-Z. Jaaa klar. Wir müssen die holen, Leute. Komm jetzt. Ey, geh mal weg! Welche? Ich hab' den Lawlessus. Ja, ich geh' den Lawlessus. Also irgendwie hab' ich voll alles mit Captain's Lawlessus. Ja, hier unten, Leute. Ja, warte. Turtlen hier. Ja, hier drin. Da außen, da außen. Warte. Nee, das ist... Nein, nein, das war da gar nicht. Der ist weggelaufen, hatte. Nee, wo ist denn hin? Das abkauen. Nein. Ach egal, wir müssen eh'n sohn. Äh? Ja, komm, Zone. Ja, war lieb. Ja. Okay, naß. Stream Lara, was geht beim Killzone? Ich hab' den gekillt, der böse war. Also Mandalorian-Skin hat Granaten geworfen. Hier, 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 hier. Die beiden hier, die beiden hier. Nein! Die Zombie-Skin war nett! Die Zombie-Skin war nett! Nein! Ich war das... Hab die... Achso, okay. Die Zombie-Skin, die Zombie-Skin hat kurz vor uns hin angeschossen. Mit deinem selber. Da kommt einfach jetzt mitten in die Zone, Digga. Da sind wir das Finale durch. Ich würde mich skinnen, was wir nehmen lassen. Ach da. Der Headshot passiert. Der Slow. Ich muss eigentlich gleich sterben, Digga. Komm, jetzt komm mit. Komm mit. Komm mit. Kurz. Ok, komm mit in die Zone, jetzt ist Finale, Leute. Ihr müsst jetzt brainen. Wer? Der Has-Skin? Ja, alle sind hier weiter. Alle hier, ich hab alle gewertet. Der eine hat Zett! Der eine hat Zett! Der eine hat Zett! ja ich dachte nicht ja ich dachte es war nichts hat gewählt die sie max aus ausbrechen cc zu schreiben für code so da lautet da vorne müsst ihr wie gesagt hassan der code in code kann ich erst mal ob ich sagen ja eigentlich schon so lauter also jetzt hier vor dass man hier auf die wand gehen und sprain er war noch ja da war noch 1 2 3 4 ok los bitte hier jetzt das sprain so den skin so der muss es ja er muss es auch sprain hier ja ich zählte sowieso das erste was ich gesprayt hatte ich muss sagen ja ja ok die zwei sind raus die jetzt die letzten drei jetzt bitte mal stickern digga jetzt die stickern ja es ist doch nee wir können nicht gesnipet werden sind alle jetzt gut kann er jetzt hier böses bitte jetzt die stickern leute ja ja blau mütze stickern wir müssen wir töten leute müssen man töten er hat getanzt normal ok das ist eigentlich verboten ok gut dann sind die zwei weiter jetzt bitte jetzt bitte tanzen digga jetzt bitte tanzen leute jetzt bitte tanzen was sagt ihr die mehrheit also ich ihr müsst entscheiden jetzt hier zu dritten also die mehrheit entscheidet die blau mütze hat gewonnen sagt nein danke für ein abo kuss blau mütze hat gewonnen leute ok den letzten nicht töten das ist mir den namen nicht na gut der kapitän blau mütze hat gewonnen ja was geht's warum machst du neue lobby nach der nächsten runde eigentlich ist vielleicht die letzte runde jetzt hier die wir machen ich bin ich jetzt müde bin digga ich hab's müde ohne kaffee ohne lg halte ich nicht durch ich hab also red bull habe ich jetzt in letzter zeit das normale jetzt sehr oft getrunken sonst rock seien ich somit sind gerne sorten dabei das ist normal dass das spiel starten kann kaut ist knackst 3 4 5 ey geko aber wundere ich nicht wenn ich mal nicht so aktiv bin weil wir planen dann unseren rumzug ja das ist gut digga weil manchmal gehen wir wochenenden auch oft so verwandeln ich muss dir und wenn ich auch ein bisschen inhalt gibt dann will ich mal nicht so gewinnen ja der energy ist halt also wenn ich jeden tag so zu fehl trinke digga ist nicht so gesund digga auf Dauer nein ich bin das energy thing äh wie heißt denn diese action da action und was action diese action da mit orangen und 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 da gibt es die ziele mit griehen orangen und 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 äh ey wie heißt die marke action was kenne ich nicht action bessere marke ach ach echt stopp mach doch kakt äh 2 1 warte warte ich bin bereit oder 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 warte warte einfach level so einfach so über oder knacks 6 7 8 oder oder der so noch drei likes laute sind bei den 60er will der 60er aus dem teil oder so wie sind nämlich momentan wie viele abonnenten fehlen uns noch dicker ja circa 20 hübschock einfach wieder gut laufen so haben es genau 23 uhr bis shop werde ich so oder so die stream ohne das ist da bin ich zu kaputt aber ich werde es noch die runde stream digga und dann ist hier auch feierabend ich auch kein abo zocken danach machen oder als sohn was ich gerne ganz so für wir hatten so eine lehrerin vorletzte woche also wo sie ähm wofen geht dann einfach kapital glasen und wenn ihr sehnerin ähm warte ich einfach dann sagen was man in ähm in die unterricht ähm irgendwo kaffee singt hä du bist nicht verstanden was hä warte mal warte mal ne sag das warte mal ich muss dich lauter stellen weil ich hab dann es ist zu leise oder irgendwas cafeteria musik der soll irgendwas ein lied von kabi singen nicht verstanden ja ähm wir haben mal den musikunterricht ähm lang streams so 10 15 minuten noch 20 minuten und ähm er hat uns ähm mit dem zeug von kapital waren wir heute mal durften wir bis in musik und sage ich singen ja sogar den text ich habe eben bett bringen vergessen ja wichtig man macht doch mal naja sag ich so naja sag ich so warte meine füße sind richtig eingeschlafen ja scheiß auf bettling ja das ähm die 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 wichtig wie gesagt wird alles selber ein bisschen länger erbogen ist shop morgen ist shop 100 prozent so morgen und am samstag also von 20 30 so 20 15 bis 1 uhr oder zwei uhr so 45 stunden sind ja aber ich hört sich oder so kurz 37 ich bin so weit kommen den zornen masterkiller bitte nicht killen ja wir starten in 40 sekunden los 30 jahre jetzt jungen siehst du rechts die timer ablaufende ist bei 4 36 37 noch 20 sekunden ich lande oder wenn er aus dem bus ausspricht direkt läuft dann los geht's mach doch so richtig viele sachen und so bei dem ort von dem roten mussten auf den text schaut ja nicht immer irgendjemand von euch an die lese schau grad game of france die könnt ihr wissen wenn jemand anonym ist habe ich nicht geschaut wenn ich mich inzwischen fordert und anime entscheiden könnt ihr dann hätte ich fordert genommen aber anime so schön ja ja wartet sonst eigentlich gut sei ich fand das irgendwie zu kindlich irgendwie ich ja so das ding ist ich fand halt an sich das event gut aber es hat was gefehlt so das feeling weiß nicht so fast klar es ist dass die zwölfjährigen das alle feiern so aber ist halt so welcher auch nicht so ne es war zu einfach das live event sie haben zu einfach gekämpft der glatt ist so julio hier riese kommt der welt zerstörtiger fünf minuten später ist einfach so tot und hier auch schon klar dass deswegen es sind in so paar busse da irgendwie über listen dass er dann tot ist so wahrscheinlich wieder im film das nicht checken oder so sein ist der so dumm macht extra so kommt rein kommt rein im haus wie gesagt würde das auch ein like da leute lasst du gerne aber da leute macht gemäßig gleich würde 60 gleich sein und ich war geste oder wenn ihr abonniert hat die glocke zu aktiven das war einfach zu leicht die haben zu leicht gegen ihn gekämpft das war einfach zu easy zu einem ganz gechillt so hier dann macht es das so ja jetzt hier muss kurz mal hochfliegen abschießen die drohen ich will so machen ein galaxis der tägliche und dann am ende der alte map kommt nee da wollte das so sehen digga da zerstört die maps digga neue map oder alte maps so ja die hätte nur ganz viele taus eigentlich wieder können so ja schweißig wollte oder los geht's absolut schweißig wort ja los komm es ist markiert dreizeig was geht die gam ja ich wurde auf dem spiegel gekickt wieso ich habe auch schon mal die drüge wurden dann gekickt und ich konnte nicht mit keiner sprechen ledo jungen ah ne du bist doch da aber dann fliege auf dem gelm raus und meine spiegel ist einfach aufgestellten ja ja guck mal aber vielleicht hat es so ein easter egg so vielleicht findet er es sogar da wobei plötzlich wollte der saurier halt an der wand diese kratzer gemacht hat ich finde mir das hier das ist eine einspielung auf trassic world digga safe warte mal ich habe gerade jemand gesehen der erste richtig komische kommt oder auch nicht aber es ist echt so aus ne ja was ist das denn hier hey dort ist ja anders geil hier digga der dschungel ja ja vor allem das feeling ich krieg ne sniper das ist aber nichts aber doch hier sind Schatz oh ja ich bin in diesen Anni voll geil digga hier ist nicht mal ne Worte oh ich bin angeschlagen aber die dürfen die keine combo haben nein noch kein töten erst wenn die transen race bin nach dem stream nicht weg nicht offline siehst du mich ja ich seh' dich ja ich seh' dich ja ich seh' dich du brauchst nicht spam gusher bro was ist los das teilen wir uns ins mod entzug digga aber ja ich seh' dich ja ich seh' dich ja ich seh' dich ja ich seh' dich hier dann hier dann nee hier ist es gut digga ich geh halt dann die Türe rein pallern so dass ich vermisse ja klar viel verpasst heute vielleicht im stream ich weiß nicht mehr so lange stream digger vielleicht noch ne runde nach aber vielleicht die letzte runde mal schauen so los geht's bitte tanzen oder hier ist mir wirklich die tanze gemacht ja weiter erste gute quali ist schon noch eine guten quali halt psv pro nächste woche habe ich 1080p 60 fps oder das ist sehr sehr gute qualität für plötzlich ja los weiter weiter so ihr tanzen weiter ja weiter so so ray kann ich dir nicht versprechen digga muss ich spammen das war es dann das ist das finale ob wir drin sparen und ob es mal irgendwie viel platz dafür sparen ist ja los hier sparen loader wichtig jetzt bitte sparen ja fast nicht ja ja kannst dich entscheiden warte kurz hier bitte was brain hallo muss auch spring brain digga los das passt die haben auch nicht gepasst so jetzt wird es tanzen digga jetzt wird er tanzt noch mal ich will noch mal tanzen die drei sind im finale bitte tanzen digga bitte tanzen bitte stickern bitte stickern die zwei sind im finale wird es dicker der macht nichts schade er hat gewonnen kiss my switch ich habe noch ja der ja der ist gut mal mit 100 prozent der falschen sensor geholt ich muss echt sind so schöne ich konnte gar nicht bauen ist auch dumm digga aber nach neuen season ist immer die bau sind komisch ja toni aber ich kann es doch hier ist gar nicht hier gefragt jetzt kriegst du was geht ich würde jetzt aufgehen würde eigentlich das wäre es eigentlich jetzt für heute gewesen rote wir sehen uns an rote also morgen abend wieder wir haben es noch nicht nur wie gesagt lasst trotzdem gerne noch mal ein abo da wenn du seid und aktiv die glocke gute nacht gute nacht ja die sind momentan vielleicht sind wir nicht gerade wie viel sind wir jetzt hier bei 60 ok haben wir noch die 60 knackt heute abo like da lassen ja wichtig gute nacht damit wäre es eigentlich gewesen für heute wie sie uns dann morgen zum shop stream leute habt noch eine gute nacht und ja bis nacht und zum morgens ich habe nacht und zum morgens ich denke das ist vorbei hier ist verover heute das stream also jetzt ist over and over so ich bin kurz nacht und zum morgens nacht und zum morgens leidon einfach wie lange bist du eigentlich schon dabei leidon äh 7 8 ja nö wahrscheinlich doch 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 kennst du noch chronik kennst du chronik dahin ich habe immer chronik snap ja es ging so hin dass du nicht dabei bist hey we talk zu oder ach so immer ich kenne den lp lp hat auf jeden fall jemand meinen namen gehabt das weiß ich leutige das wird mit dem umbenennen dass man dann die leute halt vergisst und ich weiß ja keine seit kritisch ich bin seit season 6 dabei hat wahrscheinlich oder dabei gewesen seitdem die dinge hatte so 3,4 k hat es wieder das war aber nicht season 7 keine ahnung wann das war aber das war so unterricht ich habe geguckt ähm leute die live sind habe ich durchgesehen sind draufgegangen ja ja so ist gut egal ich google einmal energy in internet direkt kommt energy werbung ist gut ich werde mal kurz ich will einmal schauen einmal so schauen so ich bin in zehn sekunden bin ich offline ja ich habe schönen werbung leute hier schönen werbung von meinem stream schön wieder gelb gelb wahrscheinlich schön wieder gelb ach diga ist jetzt jetzt aufhör diga haut rein diga ist nicht hier darf ich noch kurz was sagen ja sag alle auf instagram abonnieren wenn ich hab keine faule stinke socke ja und auf youtube auch überall das ist jetzt kein glück okay doch haut rein ne ja tschau ist der like button grau da macht um blau unsinn guck mal fu carolina und Joel guck mal du guck mal du guck mal du gna guck mal du